Ich will ne Donnerwelle. Ich will ne Donnerwelle, Mann. Als Frisur. Hallo Mariko, geht es dem Kopf hoffentlich besser? Kann Felinara Donnerwelle, aber 47, 47 gegen 54, ne. Das Wetter ist besser. Ist es nicht faszinierend, dass Kopfschmerzen einfach noch nicht erforscht sind? Von warum das mit dem Wetter zu tun hat. Donnerwelle, nur Amagalga. Ich hab auch nichts, was irgendwie... Auch kein Hypnose oder sowas. Aber wenigstens ne Donnerwelle. Mal schauen. Amagalga, was willst du denn verlernen? Ich mein, ich werd eh nicht mehr wirklich mit dir kämpfen, oder? Eisstrahl, Hyperstrahl, Antikkraft, Donnerblitz. Ich glaub, Hyperstrahl werde ich eh nie einsetzen bei dem. Hallo Superfreund, hallo Marco, hallo Geilerfisch. Hallo Ceratronics. Das hab ich nach dem Massen-Tromborg gestern etwas verpasst. Was haben wir danach noch gemacht? Wir haben noch alle restlichen Pokémon gefangen. Und heute geht's an die Legis und an die letzten extrem seltenen. Hallo Nick Min. Zum ersten Mal hier. Herzlich Willkommen. Hallo Versi. Hallo, hallo. Wir versuchen jetzt, Sigat zu machen. Oder sollen wir zuerst Mewtwo machen? Oh, ich sollte noch mehr Pokébälle kaufen. Hallo Angel. Da ist keine Pokébälle drin. Und was, was kann ich irgendwie hier unten mal auf diesem Ding irgendwie einstellen, dass nicht dauernd irgendein Pokémon von mir hin und her rollt wie verrückt. Das ist doch auch kacke. Das ist doch auch, das ist doch, das ist doch langweilig. Gibt's hier nicht irgendein schönes Bild von irgendwas? Nee, es ist echt am ehesten das hier. Aber das ist doch hässlicher, da ist das doch lustiger. Machen wir wieder Quajutsu hin, wie es rum purzelt. Okay. Pokébälle kaufen und dann, ich glaube am ehesten werde ich Mewtwo finden. Und Sigat, pfff, ich weiß, dass es in der Omega-Höhle ist. Und ich habe vier Lavados gesehen. Das heißt, ich muss noch sechsmal Lavados random finden. Was wir eventuell sowieso schaffen, wenn ich die 1% Mons suche. Bis zwei weiße Flats kommen. Ist die Frage, wie die... Ist echt die Frage, wie die, ähm... Wie die Roamer hier funktionieren. Aber es hat ja gestern auch funktioniert. Aber ich glaube, da ist Lavados immer nur dann gekommen, wenn ich die Route gewechselt habe. Ist halt die Frage, ob das hier auch so ist. Dass Roamer auch die Route wechseln manchmal, wenn ich wilde Pokémon encounter. Wahrscheinlich schon. Weil Lavados ist auch einfach random erschienen, ohne dass ich glaube ich die Route weggewechselt habe. Okay, ich gehe jetzt einfach zu dem Pokémon Park. Sollte ich ein bisschen nachforschen, wo Mewtwo ist? Was ist, wenn da steht, du musst erst einen nationalen Dex haben, bevor Mewtwo kommt oder so? So, ich guck mal. Mewtwo Pokémon X. Brian, du bist ein Giflor, Giflor, Giflor. In Geheimdungeon. Danke, Geheimdungeon. Deren versperrte Höhle ist erst nach dem Sieg über die Top 4 geöffnet. In hier findet man Mewtwo und den Mewtwo Need. Als Wächter des Pokémon Dorfs sieht sich der Erinnerleiter. Da besucht die Pokémon regelmäßig. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, ich kann da jetzt hin. Und muss einfach in die Höhle da rein. Einmalig Level 70. Level 70 könnte halt schwierig werden. Ah ja, gehe ich da einfach, gehe ich da jetzt einfach hin. Gut. Mewtwo, ey. Wann habe ich das letzte Mal Mewtwo gefangen? In Gen 1. Glaube ich. Hallo, ein anderer Marco. Ich bleibe nicht lange hier, habe Gen 2. Gen 6 noch nie gespielt, willst mir aber im Juli gönnen. Ich meine, du wirst jetzt hier nicht wirklich gespoilert. Was Story anbelangt, weil die haben wir durch. Aber gönn dir, gönn dir, gönn dir Gen 6. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht das Beste. Es ist so... Es macht nichts extrem gut. Es macht aber auch nichts extrem falsch. Es ist einfach ein Pokémon-Spiel. Aber es ist keins, finde ich, wo man sich groß dran erinnert. Außer... Es gibt schon erinnerungswürdige Sachen. Natürlich die Mega-Entwicklungen. Aber auch die, wenn man das Spiel einfach normal spielt. Ich habe drei Mega-Entwicklungen gesehen bisher. Und alle anderen, da muss man echt, glaube ich... Ja, muss er noch suchen. Du hast gestern noch einen Shiny Meryl bekommen. GG-Froggie. 155 Streams hat Angel hintereinander angeschaut. Richtiger Fan aber hier. Aber wirklich. Hallo, Salad. Herunter geht's. Wie weit ist der Origin-Dex Gen 6 schon? Das siehst du hier unter mir. Und wenn du aus Ruhezeichen Origin-Dex machst. Wir haben alles. In X. Wir müssen jetzt... Heute fangen wir die Legis. Und die extrem seltenen, wie Irbis und... Habe ich da überhaupt hoch? Sehr fair. Oh ne, brauche ich Kaskade. Oh no. Und heute fangen wir die Legis und die extrem seltenen. Und wenn ich das habe... Muss ich nur noch Y-Psylon einmal durchspielen. Und dann habe ich alle anderen. Und ich habe mich gestern... ...dazu entschieden... Oh, ich glaube ich muss Kaskade benutzen. Ich habe nicht mal Zerschneider dabei. XY geht ja sauflott durch. Ja. Halt wirklich. 22 Stunden stand da, als ich die Top 4 besiegt hatte. 22 Stunden. Ich bin 28 Stunden in der Alpha so 4 und habe 4 Shinies. Ohne Schiller-Pin. Oh, Feentafel. Hier? Und... Brauche ich Kaskade? Oder ist es da rechts? Oh... Yes. Ich brauche keine Kaskade. Man braucht echt nie Kaskade. Vielleicht brauche ich Kaskade für Saigard. Zigarde? Das ist es schon. Ich muss nicht mal irgendein Rätsel lösen, um da hinzukommen. Es steht einfach hier. Es guckt mich nicht mal an. Okay, krank. Irgendeine Herausforderung? Ich meine, Mewtwo kann ja wenigstens hinter Level 70 Pokémon in der Wildnis und Labyrinthen versteckt sein. Nein. Es steht einfach einsam in der Höhle rum. Immer so mit Mewtwo. Nein! In Gen 1 gehe ich in die Höhle rein und das ist voll langwierig, da durchzukommen, weil so viele starke Pokémon da sind. Und es ist ein buchstäbliches Labyrinth, um zu Mewtwo zu kommen. Ja, so eine riesige Stelle, wo halt wirklich ein Labyrinth ist. Hakst du die Pokémon unter dir im Bild mit Super Effective ab? Ja. Blub, blub, blub. Da braucht man ja ganz viel Technikzeug, das war überrascht. Echt? Dachtest du, ich kann einfach vier Gamecubes an den PC anschließen? Ja, da braucht man einiges an Technikzeug und wenn man vier hat oder sechs oder acht Gamecubes, musst du halt alles mal vier rechnen. Und da wird selbst so ein HDMI oder so ein HD Adapter für 40 Euro sind dann direkt 160 Euro. Auf jeden Fall habe ich gestern nachgeforscht, wie das mit Vivillon sein soll. Ob ich irgendwie meinen DS modde. Und dann habe ich einfach mal meinen DS aufgemacht und überlegt, wie das geht. Und habe mir gedacht, was ist, wenn ich Pokémon X auf japanisch auf dem 3DS drauf lade? Habe das versucht, habe es nicht gefunden, aber habe Updates gefunden. Und habe einfach, weil ich Updates liebe, einfach Updates installiert für meinen 3DS. Und auf einmal ist alles im 3DS weg. Aber es ist nicht weg, es wird nur nicht angezeigt. Die SD-Karte im 3DS sagt immer noch, das ist alles da. Aber es war nichts mehr sichtbar. Das heißt, ihr kennt es, wenn man... Es war quasi so, wie wenn ich den 3DS starte, nur die SD-Karte nicht erkannt wird. So war das. Aber sie wird erkannt. Aber nichts wird angezeigt. Alle meine Apps waren weg. Dann habe ich gestern die ganze Nacht bis 2 Uhr morgens damit verbracht, irgendwie diesen 3DS wieder zu reparieren, dass alles wieder angezeigt wird. Was im Endeffekt nur ging, weil ich habe zwischendurch alles schlimmer gemacht noch. Was im Endeffekt nur ging, indem ich einfach die SD-Karte formatiere und alles neu drauf lade. Was ich gemacht habe, und zum Glück habe ich ja viele Safe-States gebackupt. Aber ein paar Safe-States sind bestimmt verloren gegangen dadurch. Beziehungsweise sind sie nicht verloren gegangen, weil ich habe ja alles gebackupt. Das heißt, wenn irgendwo ein Safe-State ist, der wirklich nicht mehr da ist, dann werde ich den irgendwo in einem Backup noch finden, wenn ich mir die Mühe mache, den zu suchen. Aber leider in so Backups sind ja... Da steht ja nicht Pokémon X Safe, sondern da steht 107894... Okay. Also das habe ich gestern Nacht gemacht. kurz ein Update hochgeladen, sodass der 3DS nicht mehr ging und dann vier Stunden damit verbracht, den 3DS wieder zu reparieren. Aber es geht alles wieder. Er ist wieder wunderschön. Besser als davor, möchte ich behaupten. Nur, dass bestimmt so Safe-States wie von Pokémon Rot einfach verloren sind jetzt. Aber dadurch habe ich entschieden, dass ich jetzt nicht versuche, den 3DS zu Region modden. Weil auch überall, wenn ich die Tutorials anschaue, war überall so von wegen... Ja, du kannst es machen, hier und da, aber Pokémon Bank wird dann nicht mehr funktionieren. Weil du wirst keine Internetverbindung mehr haben. Weil du in einer anderen Region bist. Aber der DS ist für die Region. Okay, aber kann ich dann wieder zurück wechseln? Äh, vielleicht. Mal schauen. Aber eher nicht. Das heißt, wenn ich auf die japanische Region wechsle, bleibe ich in der japanischen Region. Und kann Pokémon Bank nicht benutzen. Weil Pokémon Bank für Europa ist mein Pokémon Bank. Oder mein Account ist ein europäischer Account und so weiter. Und da dachte ich mir, boah... Es wäre schon interessant, mal ein perfektes Tutorial für sowas zu machen. Für die 30 Leute auf der Welt, die das machen wollen. Aber ich habe so Angst, mein DS dadurch kaputt zu machen, weil auch überall steht. Wenn du versuchen solltest, das zu machen, wirst du wahrscheinlich dein 3DS bricken müssen. Okay, das ist kein gutes Wort dafür. Deswegen habe ich gestern auf Ebay und DK Oldies einen amerikanischen DS und einen japanischen DS bestellt. Ja, ja, ja. Aber hey, dann habe ich wenigstens 3 DS. Der amerikanische, den habe ich von DK Oldies bestellt. Ich habe einfach eine... Weil auf Ebay habe ich keine amerikanischen DS gefunden. Null. Wahrscheinlich, weil halt amerikanische DS im Titel nicht dafür werben, dass sie aus Amerika sind. Und irgendwie mit Filtern und Suchoptionen. Ich habe es nicht hingekriegt, dass mir irgendwie amerikanische DS angezeigt werden. Also bin ich auf eine berühmte Website gegangen, wo die in Amerika ist. Und das ist halt DK Oldies. DK Oldies ist eine Schrott-Website, weil die quasi Retro-Sachen für zu viel Geld verkaufen. Aber zumindest kann ich mir da sicher sein, und da steht es auch, dass die Region USA ist. Und der war... Das war ein Käsebrett. Also dieser 2 DS, der wirklich übereinander ist. Hallo, roter Jay. Ich rede gerade über Vivillon. Ich habe mir jetzt doch 2 DS geholt. Ich traue mich nicht. Traust du dich? Ich traue mich nicht. Ich mache gleich Mewtwo, aber ich wollte es kurz noch zu Ende erzählen. Ah, ich habe es ganz genau vergessen. Also ich habe auf Ebay japanische gefunden, die ziemlich dreckig aussehen. Aber das ist mir egal. Hauptsache sie funktionieren. Da gab es welche, wo stand, der Bildschirm geht nicht mehr. Das habe ich mich nicht getraut, weil ein DS zu reparieren ist ziemlich schwierig, weil das so super feine Mechanik innen drin ist. Aber ich habe einen gefunden, wo steht, dass er funktioniert. Und das ist kein Käsebrett, sondern tatsächlich der erste 2 DS zum Aufklappen und alles. Und der war 80 Dollar. Oder im Endeffekt 82 Euro und es waren irgendwie 87 Dollar. Aber das ist okay, finde ich. Für ein 2 DS aus Japan importiert. Ich meine in Japan selber und ich habe ja damals geguckt, in Japan, in Tokio nach DSen, die ich kaufen kann. Aber die waren da auch so teuer, weil ich halt überall nur da war, wo Touris sind. Um wirklich Schnäppchen zu kriegen, in Japan musst du aufs Land raus und darfst nicht in Tokio suchen. Weil dort hätte ich sofort einen japanischen DS gekauft, genau für Vivillon, für 40 Euro, aber ich habe keinen gefunden. Aber ja, 80 Euro für einen japanischen importierten, aber leider, dadurch, dass er importiert ist, nochmal 30 Euro Versand. Ne, da war der Versand kostenlos. Die Japaner lieben kostenlosen Versand. Ich finde es mega. Der Versand war kostenlos. Also 85 Euro, 80 Euro für einen japanischen DS. Aber Zoll werde ich zahlen müssen. Und das werden wahrscheinlich, das sind immer so 20 Prozent oder sowas. Und das werden noch wahrscheinlich 15, 20 Euro sein. Aber das finde ich vollkommen okay. Es geht so viel günstiger, wenn man in Japan selber ist, natürlich. Und der auf DK Oldies, das war, das ist ein Käsebrett, aber sehr gut in Schuss, äußerlich zumindest. Ähm, blauer. Oder? Blauer. Der japanische ist rot. Das Käsebrett ist, glaube ich, blau. Die zwei DS-Übereinander-Dinge. Und der war, glaube ich, auch 80 Dollar oder 90 Dollar und 30 Euro Versand. Was logisch ist bei Amerika. Ich meine, ich zahle ja schon aus Deutschland 15 Euro Versand hierher. Also. Äh, und da kommt halt auch nochmal Zoll drauf. Aber. Lieber so, als dass ich meinen DS, meinen eigenen schönen DS, den ich seit Ewigkeiten habe, dass ich den irgendwie bricke und kaputt mache und ewig lang und alles verloren geht. Und. Naja. Und das ist auch ein bisschen legitter. Es ist ein bisschen cooler zu sagen, ey, ich hab extra aus jeder Region einen DS gekauft, um Vivillons zu haben. Aber ja. Anders trau ich mich nicht. Die andere Option wäre wirklich gewesen, wo ich auch kurz davor stand, weil ich es kurz angetestet habe, einfach den Emulator hier auf japanisch zu stellen. Weil das geht. Natürlich kann der Emulator die Region emulieren. Aber das ist halt dann wirklich so. Wenigstens das will ich haben in Gen 6. Irgendwas Besonderes. Wenn alles anderes schon so einfach ist und Quaffaff nicht wirklich machbar ist und die Mystischen auch nicht machbar sind, wenigstens das eine möchte ich dann gescheit machen. Alle Vivillons zu fangen mit dem größten Aufwand, dem es geht. Früher oder später hättest du sie eh gebraucht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich mein, zwei DS ist jetzt schön zu haben, weil ich halt jetzt mit denen hin und her tauschen kann. Aber auch das braucht man nicht wirklich. Wenn du dich nicht traust, traue ich mich erst recht nicht. Ich habe mich aber nicht so tief reingearbeitet in die Materie. Also es kann sein, dass es Tutorials gibt, die das super einfach aussehen lassen. Aber es ist ja auch verständlich, dass ein Region Swap nicht so einfach sein kann. Weil ich glaube ja, eine Konsole aus Japan, Amerika und Europa, die sind nicht nur softwaretechnisch unterschiedlich, sondern tatsächlich hardwareunterschiedlich. Weil NTSC und PAL-Unterschied ist ja Hardware-Unterschied. Es ist ja nicht so, dass du einfach NTSC zu PAL programmieren kannst. Also schon. Aber ein PAL-Fernseher von damals wird immer ein PAL-Fernseher bleiben. Du kannst nicht einfach ein Update auf dem Fernseher spielen, der aus NTSC PAL macht. Und ich weiß nicht viel über Technik da so Bescheid. Und so stelle ich mir das halt auch vor. Wenn du einen japanischen DS hast, dann ist die Hardware japanisch. Du kannst nicht einfach sagen, jo, sei mal europäisch jetzt. Also kannst du schon, aber es ist halt anscheinend sauschwer. Olopoto, du bist ein Logox, Logistics, Logistics. Irgendwas mit Lo, Lo, du weißt schon. Lerky, du bist ein Noctus-Car. Lass von Dike Oldies ein Video bei Insta machen, wie die den verpacken. Das kannst du dann ins Video mitpacken. Echt? Das wird denen angeboten? Das bieten die an? Haben ja auch schon überlegt, wie ich das mit eBay-Einkäufen mache. Wenn ich demnächst ins Ausland ziehe, werde ich das wahrscheinlich über meine Eltern machen und dann mitnehmen, wenn ich zu Besuch bin. Ja, klar. Aber bist du so oft zu Besuch? Lextremo. Sag ja lo. Die Höhle macht mich langsam müde. Aber es klingt so schön. Hallo, Suschmann. Okay, ich beginne ja schon. Ich beginne ja schon. Kann ich ganz hingehen? Ja. Wir tun Amagaga als erstes, weil das kann Donnerwelle. Und dann gehe ich rüber auf Quajuzzo, was ein bisschen Schaden machen könnte und zumindest Psycho gut aushält. Mewtwo hat, glaube ich, keine Feenattacke, weil dann werde ich langsam böse. Wenn hier alles Feenattacke kann. Werden wir, denke ich, in USA 3DS holen und den Mod auf Japanisch damit machen? Genau, weil wenn du ein Über hast, wo dich nicht stört, dass der für immer auf Japanisch bleibt. Weil ich glaube, das ist das Einfachste, einfach die Regions zu swappen. Aber was ich eben gelesen habe, was ganz oben sofort ist bei dieser Tutorial-Seite, dass da halt auch steht, dass du keinen Zugriff mehr auf den eShop hast und somit auch nicht mehr auf deine Bank zugreifen kannst. Das war halt mein großes Ding, weswegen ich mich nicht traue. Wenn ich nicht mehr auf die Bank zugreifen kann, dann bringt mir halt nichts. Dann kann ich immer noch das Pokémon rübertauschen auf eine andere Konsole und da aufs Auf-die-Bank tun. Das könnte gehen. Ist doch auch blöd, wenn du dann keinen Zugriff mehr auf die Bank hast. Mewtwo hat keinen Feen. Das sehen wir jetzt. Und wir haben einen Pokéball-Counter. Funktioniert ja? Jupp. Und lasst uns den wunderschönen Parasect-Sound anhören. Oh. Oh. Thickboy. Der sitzt einfach die ganze Zeit in der Höhle und ist so so sauer auf die Welt. Mew. Falsch, Mewtwo. Falsch. Hey, Parasect. So. Es kann halt auch sein, dass der jetzt meinen Mama Gaga one-shottet, weil das wird bestimmt schneller sein als ich. Aber ich will wenigstens eine Donnerwelle draufkriegen. Das hat jetzt eine Chance von 1,6 im Pokéball drin zu bleiben. 1,6. Es sollte sich jedes Mal verdoppeln. Ah ne, aber Donnerwelle ist nicht Schlaf. Wir checken gleich, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Die Donnerwelle haben wir schon mal. Jetzt versuchen wir mit Mama Gaga noch so viel Schaden zu machen, wie geht. Einfrieren kann ich es ja jetzt nicht mehr, ne? Das wäre halt auch noch eine Chance gewesen, aber ein Frieren in Gen 6 heilt sich bestimmt nach drei Runden oder so. Jetzt machen wir mal einen Donnerblitz. Leggy Musik nicht so geil, oder? In Gen 6. Leggy Musik nicht so der Beat. Der war Top 4 und Champ geiler. Ich habe halt auch keine Attacke, die wirklich Schaden macht. ist jetzt nicht so der Banger. Es ist Gen 1 Soundtrack, ja, okay. Das stimmt, es war bei Lavados aber auch so. Das ist, glaube ich, die gleiche Musik wie bei Lavados gestern. Also bisher macht dieses Mewtwo nicht sehr viel. ist so dumm, dass es Barriere kann. Jeder will das fangen. Mewtwo-Strategie sollte sein, einfach so offensiv wie geht zu sein. Okay, das ist doch schön. Jetzt gucken wir mal, wie jetzt unsere Chancen sind. Unsere Chancen sind jetzt nämlich 70, Level 70, aber ist egal. 3,56 im roten Bereich mit Paralyse 4,8 mit Schlaf wäre es 7. Wir sind bei 4,8 also fast 5%. Fast 5%, ja. Okay. Moment mal, es hat sich geheilt? Die Sau hat sich geheilt. Nein, stimmt, das kann das. Okay, vielleicht sagen wir dem roten Bereich auf Wiedersehen. Hat Mewtwo eigene Musik gehabt in Gen 1? War das nicht allgemein die legendäre Kampfmusik in Gen 1 auch? Okay, im grünen Bereich und paralysiert sind wir leider bei 3,2%. Okay. Ich fange jetzt mal an zu werfen. Wir haben 360 Pokébälle. Warte, aber jetzt zeige ich noch, wie viele Pokébälle ich brauchen sollte. 91 bloß. Innerhalb von 91 Bällen sollte es drinbleiben zu 95%. Okay, Nummer 1. Hallo, Darks, Siggi. Ich habe 4 oder 5 3DS Konsolen, also solltest du eine zur Laie brauchen, sag Bescheid. Zu spät. Ich habe mir jetzt schon zwei gekauft. Ich hoffe, die kommen noch an, bevor ich umziele. Das wäre sonst ein bisschen nervig. Ach, fuu. Ja, gestern haben mir auch schon Leute angeboten oder vor vorgestern oder so, dass sie mir ihre DS ausleihen könnten. Aber es ist halt umständlich und es besteht immer die Gefahr, dass es verloren geht auf dem Weg, wenn ihr das los schickt und sowas. Ich werde das mein behalten können. Der ist aber nicht japanisch oder amerikanisch. Ist auch so ein deutscher. Ziel wird der Hintergrund dann anders sein? Wahrscheinlich nicht. Okay, kein Quatsch, es ist irgendeine geile Attacke, die bringt Nachthieb um. Wahrscheinlich, oder? Kann schon sein, dass Nachthieb umbringt. Mute ist so stark. Surfer bringt aber nicht um. Wir müssen irgendwie in einen Bereich kommen, wo er nicht Genesung macht. Aber er hat sogar Genesung gemacht, obwohl er im grünen Bereich war. Ja, mach Genesung, dummes Tier. Ist Genesung 15 AP? Es sollte 5 AP sein, Genesung. Wer braucht denn mehr als 5 Genesung in einem Kampf? Ich schmeiß Poké Bälle. Das ist eine Genesung. Gibt es irgendeine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass Heilattacken nicht eingesetzt werden können? Ich meine, lief der vierte Ball aber gewesen. 10 Genesung. Habe jetzt auch mit einem Living Dex angefangen. Hast mich motiviert, es endlich in Angriff zu nehmen. Nice. Gehst du schön brav von vorne durch? Oder machst du random, wie du gerade hast? Hallo, warum Quajutsu so schlecht? Im Moment steht im Vertrag drin, den wir heute gekriegt haben, dass man nicht mal was an Hände an Wände hängen darf. Normalerweise hier steht auch in jedem Vertrag drin, dass du nicht bohren darfst oder nageln darfst. In dem Vertrag steht sogar drin, dass wir nicht mal Sachen an die Wand kleben dürfen. Da werden wir aber sagen, dass wir das machen. Also wir werden da noch ein paar Sachen an dem Vertrag stellen. Weil ich muss Sachen an die Wand kleben dürfen. Das ist da Unverschämtheit. Sollen wir mit komplett kahlen Wänden leben? Oder was? Das ist einfach so ein Quatsch. Aber dieser Vertrag hat sich wieder so dumm gelesen. Es ist einfach du als Mieter musst zu allem Ja sagen und wir als Vermieter haben die Macht über alles. Wir dürfen nicht mal unsere Wäsche draußen aufhängen. Wahrscheinlich weil das das Bild des Anwesens verschlechtert. Das ist 7. Oh! Jetzt dauert es wieder 100 Bälle. Ich habe Bock auf ein Shiny Living Dex aber bin zu faul. Das hatte nichts mit Faulheit zu tun. Jedes Mal wenn du einfach einen Screen guckst jedes Mal wenn du einen Film guckst eine Serie schaust in der Schule sitzt oder was auch immer Shiny hattest du darfst die Wand aber schon anfassen ungern da steht dran bitte nur die Wand anfassen wenn man dagegen geworfen wird um sich zu schützen dann hast dich auf dem Balkon kacken auch erledigt ja wahrscheinlich Hallo Sandwich Katze ich meine es ist die ganze Zeit sauviel am wackeln dieser Ball dieses Mewtwo will es will es so hart es will dass ich es an einem Schlauch packe und festhalte und ihm zeige wer hier der Trainer ist aber ich lasse mich auch gern von Mewtwo betrainen Sandwich Katze Dankeschön für 10 Monate ich glaube jetzt sind wir bei einer Chance von 2% oder so wenn es einfach voll ist 2,1% sind wir aber hey starke Mewtwo KI hat 10 HP verloren und drückt Genesung das ist echt einfach seltsam dass manchmal die KIs so logisch sind und manchmal sind sie einfach so dum aber ich glaube das erste was so diese KIs denken ist was ist die stärkste Attacke die ich einsetzen kann und es hat halt keine Attacke gegen meinen Pandagro obwohl es mich einfach gerade umbringen könnte deswegen macht es Genesung weil nichts anderes Sinn macht ist aber auch Quatsch Mariko du bist ein ich love es es ist so einfach liebe ich denke immer an einen kleinen wie heißen die dinge halt eine kleine putte aber ich denke nicht an den englischen begriff cupid cupidus hello cakes ich will Mewtwo eigentlich bloß weil ich will ja das Mewtwo einfach links liegen lassen ich meine ich habe viele Legis nicht gefangen in anderen Spielen weil sie einfach nicht Teil von der Gen waren also nicht die neuen Pokémon sind es gibt hier so wenig zu fangen also nehme ich alles mit ich kann doch einen Meisterball benutzen Meisterball und Mewtwo es ist wie Tim und Struppi wie Mickey und Minnie wie Donald und Dagobert Alter Menno ich glaube das war 17 ich glaube ich habe mich sehr viel verzählt 18 war gerade mit meinem Hund spazieren noch immer an Mewtwo ich habe gerade erst angefangen 19 Was es meinen Pandagron nicht umbringt ist aber auch Hast du keine eine andere Attacke mehr Was hast du denn ich habe gar nicht aufgepasst ich weiß nur Barriere Barriere bringt nichts mehr Barriere Genesung es muss Psychogenese haben was es nicht einsetzen kann die andere Attacke muss noch gehen gleich wird es verzweifeln Aurasphäre hat nur 10 außer hat niemals schon 10 Mal Aurasphäre eingesetzt Aurasphäre Hey Es kam auf die Idee eine sehr effektive Attacke zu machen Was ist mit dieser Mewtwo KI Also es ist wirklich seltsam Es macht lieber 10 Mal Barriere was nicht mehr geht und 2 Mal Genesung und eine Attacke die keine Wirkung hat als die eine Attacke zu machen die mich umbringt Vicky sagt 20 Aurasphäre 20 AP Dann dauert es vielleicht noch ein bisschen mit der mit dem Verzweifler Hallo Daniela Daniela Mach mal Ausruhezeichen Daniela Ich warte Daniela Tu es Ja Pandagro sollte nicht keine Kampfschwäche haben aber Nach dem Ausruhezeichen kein Leerzeichen bitte Du bist am Handy wie ich sehe Okay Warum ging es nicht Warum schwäche ich Mute nicht weil es Genesung hat und sich sofort wieder heilt Vielleicht wenn Genesung leer ist mache ich Schaden aber es bringt nichts 2% sind okay Was ist gemacht? Ja aber es ging nicht Warum ging es nicht? Daniela Play Sound Ausruhezeichen Daniela Ausruhezeichen Daniela User Permission Ah ich habe die falsche Daniela User Permished Ich wusste nicht welche Daniela du bist Aber du bist Daniela 17 unterstrich 12 Jetzt Ausruhezeichen Daniela Du kannst nicht Ausruhezeichen Daniela machen Heißt du Daniela Voll Zufrieden Das wolltest du doch oder? Das wolltest du doch 2% ist okay Aber wenn es im roten Bereich wäre wären es 5% mit Paralyse Aber es macht halt sofort Genesung Alles okay Wenn mein Team wipet dann mache ich es halt nochmal Kann das jeder mit seinem Namen machen Nur wenn du Patron bist Patron auf Stufe 2 oder? Reicht Muss nicht Stufe 3 sein Nur Patrons auf Stufe 2 haben dieses Recht Sonst wäre es glaube ich ein bisschen wild oder? Wenn jeder einfach sich einen Sound aussuchen könnte Mariko als Celebi 32 32 Ich habe gedacht ich saß vorhin da und musste einfach nur auf was warten und dann dachte ich mir was könnte ich tun und dann habe ich mir gedacht Ah ja warte mal da war was Daniela was wollte die nochmal Ach ja einfach krank in Gen 2 und 3 dass ich überhaupt einen Shiny gefunden habe Ich habe das auch nicht erwartet aber es wäre schön wenn ich in jedem Origin Decks ein Random gefunden hätte Das mit dem Tier 3 war aber doch letztens ein Witz gewesen oder? Dass Happens ein gratis Tier 3 hat auf Lifetime nee das ist ein Service den Twitch anbietet für Partner Partner dürfen drei Random Leuten ein Tier 3 Sub auf Lebenszeit schenken Problem dabei ist du kannst es nicht rückgängig machen Also wenn Happens mich jetzt richtig anpisst und ich ihn hasse und ihn banne wird er trotzdem für immer Tier 3 Sub bleiben Du kannst es nur einmal also drei verschiedene Menschen aber musst du dich gut dafür entscheiden Warum sollte das ein Witz sein? Wie soll ich wie soll ich darauf kommen? Okay Wie resetet man diese Gen? Wahrscheinlich auch L R Start Select Hallo? Hallo? Nochmal Dankeschön Kevin für deine zwei Monate Dankeschön Dankeschön Boom Kaputt Ja die haben lang durchgehalten Dafür dass Mewtwo eigentlich mich sofort vernichten könnte haben die alle sehr gut durchgehalten Was ist eigentlich dein Lieblings Pokémon? Ausrufezeichen Liebling Da steht's Das sind meine Lieblings Pokémon anscheinend 36 Oh Gott ich hab Überreste stimmt 37 Pogosan ist wirklich toll Ich find Pogosan tatsächlich cool Was ist die beste Giga-Entwicklung Oder Giga-Form Pogosans Giga-Form ist nicht so Äh Gigas Es gibt zu viele coole Gigas Ich find Gigas ja cooler als Megas Relaxo Mega Giga Lapras Giga Selbst die Ponytox Giga Kramor Kramor sieht cool aus aber Kramor verändert sich kaum Es wird nur größer Mächtiger Gengar ist auch cool aber Gengar ist mir zu weiß nicht lächerlich Schwert und Schild sowieso bestes Spiel Ähm Ne Ich möchte einen starken Vorschlag machen Kingler Giga Kingler Sieht so cool aus Weil es gibt ja wirklich diese Krabben in Japan die so riesig sind und diese ewig langen ekligen Beine haben und dann auch noch diesen Schaum um den Mund als Bart Kingler ist P ist das beste Giga Es gibt kein Giga P was Achso Pikachu Ja okay Der Sound ist cool Ne Kingler Mann Ich glaube Kingler ist sehr underrated als Giga Das sieht so cool aus und in Shiny wird es einfach so eklig grün Oh wunderschön Duraludon sieht auch nicht schlecht aus Duraludon Ich mag ja Duraludon Ich meine alle sagen das ist ein dummes Hochhaus aber ist auch egal ist doch cool Duraludon ist auch geil Ich finde alle Gigas geil Manche sind halt ein bisschen langweilig Ich finde Kramor ist halt einfach das gleiche nur ein größer Das UFO ist halt auch so krass lächerlich So wie Deponytox lächerlich ist So wie das Hochhaus lächerlich ist Aber Kingler sieht tatsächlich krank aus Makomai Makomai Machomai gefällt mir glaube ich am wenigsten Diese Arme und dann diese 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 Augen Weiß nicht Turtok ist fast wie eine Mega Evolution Sehr übertrieben Lurak Ja sieht halt einfach krasser aus Dieser Floor sieht auch einfach krasser aus Das sind fast einfach Mega Entwicklungen Und die Gigas von den Gen 8 Startern sehen alle relativ lame aus finde ich Ich meine der eine sitzt auf einem riesigen Ball der andere kriegt eine riesige Schlagzeug und der andere sitzt auf einem riesigen Wirbelsturm Die verändern sich nicht wirklich Kingler Mann Kingler ist am coolsten Hallo Dinomax Der Ponystock hat einen Zug aus sich Ayo Ich glaube ich habe mich super viel verzählt aber 44 ist eine okaye Zahl oder Eboli sieht gequält aus als Giga Es wird doch einfach flauschiger bloß Mauzi sieht gequält aus als hättest du das mal so richtig durch die Quetsche gezogen Ich dachte immer Mew to Need kriege ich in Omega in Oras Aber ja ist logisch dass ich jetzt kriege Ist X oder Y cooler bei Mewtwo Ich glaube Y ist das coolere oder X ist dieses krasse Buff Ding und Y ist der kleine Boo Kid Boo von Dragonball Y ist besser oder so wie bei Glurak auch Y all the way ok im YouTube brauche ich nicht abkreuzen gibt es nicht so Sigat soll anscheinend in der Omega Höhle sein ich werde kurz gucken ungefähr wo dass ich mich nicht komplett irre what no X bei Glurak what do you mean Y was what no X bei Glurak what Gluraks Omega Höhle nach dem Sieg über Diantha Ach in der Mitte wo ist diese Höhle ist das eine andere oder ist das einfach die in der ich war bekommt seltene Pokémon zu Gesicht und entdeckt mit unter wahre Gold Schätze im hintersten Raum ruht Sie gar deines Zillinge denn so ist die Verbreitung ist ungeheuer nicht verwunderlich es gibt auch eine Pokémon wie heißt es Origins nee wie heißt diese Anime YouTube Serie wo es auch die Sigat Folge gibt weil die ist ja mit Flordelis aber sie zeigt eher das was in Sonn und Mond passiert oder so von wegen die Zelle und es bricht aus und so Zeug oder habe ich ganz falsch in Erinnerung Omega Höhle zweites Untergeschoss okay ich muss einfach dahin wo ich war und wahrscheinlich ist irgendwo ein Abgang der versperrt war bis jetzt ich war schon richtig ja das ist die normale Omega Höhle und da muss ich einfach durch das ist ein Labyrinth man nicht so wie Mewtwo lächerlich Generations ja ich glaube Generation heißt das wo sie quasi jedes jeden Endgame Content als kleine Anime Folge gemacht haben so Rayquaza Sigat Kyurem Kaioga ja da wo ich FM geholt habe genau wir nehmen genug Top Schutz mit wir nehmen das stärkste Pokémon an den Anfang ich mache die gleiche Taktik ich nehme Amagaga und dann schmeiße ich immer Pokéballe drauf Sigat kann glaube ich ist es nicht auch so ein Genesungsviech was ich einfach genesen kann ist bei Sigat nicht die drei Steine vom Dimensions Trio hm nee oder ja auf jeden Fall hat diese Generations Folge extrem viel Story gekriegt und hier ist es einfach in der Höhle wo es drin sitzt daran sieht man halt echt dass die glaube ich ein Y rausbringen wollten aber es äh ein Z rausbringen wollten aber es nie gemacht haben welche war das jetzt nochmal hatte ich hier unten ne die war oben oder die war oben bei dem großen Weg ich muss irgendwie hoch ja ich mach topschutz ich mach's mir jetzt nicht ungemütlich meine Homebox ist wieder fertig kann es sein dass es unterschiedlich dauert bis alle getauscht sind äh äh was meinst wunderbox eigentlich und eigentlich sollte das dreimal am Tag möglich sein also ich glaube 6 Stunden 6 mal 3 ist 18 ich glaube alle 6 Stunden das habe ich doch in irgendeinem Video habe ich das mal gesagt Ich glaube alle sechs Stunden ist die Wunderbox neu. Ich glaube in meinem wo ich 150 Pokémon weg gewundertauscht habe habe ich das gesagt. Hallo Goomba. Was ist das beste Shiny Pokémon? Tromborg. Es gibt viele gute Shiny Pokémon. Saigard zum Beispiel ist ein sehr schönes Shiny Pokémon. War hier nur ein Item? Hier ist gar nichts? Ich werde den Weg finden ohne auch nur einmal in eine Sackgasse zu rennen. Ab jetzt. Das war falsch. Oh Gott wie sieht man so wenig. Felinara ist auch ein schönes Shiny, ja aber es ist jetzt nicht extrem anders. Wie der läuft. Ich glaube ich bin richtig. Ja. Zweites Untergeschoss. Ich muss irgendwo da rechts runter. Ich weiß nicht ob ich schon alle bekämpft habe. Also auf jeden Fall irgendwo rechts unten ist glaube ich der Weg. Shiny Nachtara ist das Schönste. Ich würde ja sagen Shiny Psiana ist das Schönste wenn wir von Pokémon Stadium reden. Aber ab Gen 3 oder so hat Psiana ein hässliches Shiny bekommen und jetzt ist es einfach giftgrün. Aber vorher oh oh war es einfach ein geiles Kobalt. Emerald. Smaragd grün. Und jetzt ist es einfach hässlich giftgrün. Oh oh. Surfer. Amagaga. Es tut mir leid. Du wirst jetzt... Ich habe keine Beleber dabei. Amagaga. Überlebst du bitte den Surfer? Es wird schwer. Ich weiß aber... Blitzer ist auch schön in Shiny. Was? Blitzer ist einfach nur grün. Nö. Das ist das hässlichste von denen. Es ist schlimm wenn meine meisten Shinies aus Go und Legenden Arcus sind. Ja Keks. Bitte. Schreib nie wieder her. Das ist ja eine Unverschämtheit. Was fällt dir ein? Keks was ist das für eine Frage? Du weißt schon dass du Sachen machst so dass es dir Spaß macht. Okay ich bin richtig. Rechts geht es weiter. Rechts sind wir schon da. Jetzt muss ich irgendwie meinen Amagaga wieder beleben. Ich will keinen Sonnebonbon benutzen. Vielleicht habe ich einen Beleber noch gefunden. Irgendwann. Ich glaube hier sind wir schon. Soll ich alles kaputt zertrümmern? Okay es gibt noch eine Ebene. Oh okay. Guck nicht so. Wie er auf mich herab schaut. Bei Fulipurba, Flamaro und Glasiola siehst du keinen Unterschied? Äh doch. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Aber Blitzer wird halt hässlich. Genau wie Psiana. Kannst mir nicht sagen dass ein angesifftes grünes Blitzer besser aussieht als ein gelbes Blitzer. Fulipurba, Glasiola sehen wenigstens immer noch gut aus. Daquana? Ja auch widerlich. Eigentlich ist nur Nachtara und Felinara wirklich schön. Die anderen drei die sich kaum verändern bleiben halt schön. Die Farben werden intensiver. Aber Psiana, Aquana und Blitzer werden halt einfach leider hässlich. Laubklinge? Wo sind wir denn hier? Aber ist nicht Laubklinge das wo ich Bäume im Hintergrund fällen kann? Das sollte ich mir mal einfach beibringen. Einfach um das einmal in einem Video zu zeigen. Wie ich die, die Vegetation in diesem Spiel einfach verändere. Können die Legis Shiny sein? In dem Spiel hier? Nein. Legis sind Shiny locked in Gen 6. Äh, oben. Wie, jetzt muss ich wieder raus? Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Fully Purba hätten sie ein schönes Herbst-Ding machen können. Ich finde Fully Purba sieht gut aus in Shiny. Es ist nicht komplett ein Herbst-Theme, aber es wird schon bräunlicher. Hier ist nur ein Item? Vielleicht war das dann doch nicht der richtige Weg. Okay, wir sind da. Man hört es daran, dass keine Musik da ist, sondern nur schönes Ploppen. Und hier sind Items, glaube ich, in den Ecken. die ich mir zuerst hole. Vielleicht ist ein, äh, Belieber dabei für Amagarga. Sonst können wir keine... Ich schätze, hier sind gar keine wilden Pokémon, oder? Da steht's, da steht's. Habt ihr es gesehen? Kleiner Tease. Ja, hier sind einfach nur krasse Entwicklungs-Items. Okay. Lass mich raten. Was fehlt? Weiß Orb. Platinum. Adamant. Weiß Orb. Okay, hier ist ein Riesen-Nugget. Davon kann ich mir Belieber kaufen. Hey, gibt's irgendeinen wandelnden... Wandernden... ...Händler, den ich rufen kann, der so einem... ...Eboli-Ballon-Schiff vorbeikommt? Weiß-Örb. So, was kann ich euch jetzt erzählen für 20 Minuten, bevor wir... Gott, ist die groß. Guck mal, ich berühr die sogar schon und sie chillt. Ich mach's von hinten. Jetzt sieht man mich nicht. Dreht es sich um, wenn ich das jetzt mach? Komm, bitte lass einen Belieber mich haben. Da ist ein Top-Belieber. Ich hab... Ah, und ein Belieber. Woher sind die? Die muss ich gefunden haben, als ich jetzt gestern so viel rumgelaufen bin. Weil ich hab alle aufgebraucht gehabt. Sehr, sehr gut. Seit wann ist die gar zu groß? Ich glaub, im... Laut Pokédex sollte es kleiner sein. Aber hey. Okay. Pokéball-Counter. Die Wahrscheinlichkeit ist genau die gleiche wie beim Mewtwo. Wir haben 1,6% dass es im Pokéball drin bleibt. Wenn wir Donnerwelle machen, sind es 2%. Wenn wir es in den roten Bereich kriegen, sind es 5%. Aber ich glaube, das Ding ist doch auch so ein Genesungstier. Also das ist als ob das nicht sich irgendwie Zellenregeneration macht oder so. Das Ding ist gut. Okay. Let's go. Du hast bald den Schillerpin in Usum. Nice. Zigarresboden. Okay. Bodendrache. Man sieht mich nicht. Aber ich bin da. Es dreht sich nicht um. Zigarre. Wie ist die Musik? Uh. Schön, schön, schön. Schön. Ach, das ist Boden. Ich kann keine Donnerwelle machen. Deswegen sagst du das. Ah. Leute, warum sagt ihr das nicht früher? Adrian muss erst mal vorbeikommen und das sagen. Denkt denn keiner mit. Ihr wisst doch, dass ich dumm bin. Ich mach's trotzdem. Ich muss es wenigstens probieren. Komm schon, Amagarga. Donnerwelle, richtig hart. Oh oh. Ja, okay. Dann mach ich jetzt Eisstrahl. Mit der Hoffnung, dass es vielleicht einfriert. Und Eisstrahl ist sogar gut. Das sollte aber nicht killen, oder? Erdbeben ist halt jetzt ein Problem, ne? Ja, okay. Ich glaub, das wird nicht so einfach wie bei Mewtwo, oder? Weil es tatsächlich einen Kampfwillen hat. Mewtwo hat ja gar keinen Kampfwillen mehr. Habe ich irgendwas? Ich meine, ich habe Bodyslam, was... Was paralysieren könnte. Und ich habe... Sonst habe ich nix, was paralysieren oder sonst irgendwas machen könnte. Vergiften, Feuer. Der Fiaro hat Flammkörper. Das könnte somit... Aber ich will das nicht, dass es verbrennt. Ich mach Bodyslam. Harnung? Es muss schon krass gewesen sein damals, wenn man einfach null Ahnung hat, dass dieses Pokémon existiert. Und auf einmal geht man in diese Höhle und dann steht das hier. Man ist so, was? Null Erklärung? So, was? Was ist das? Ich mach das jetzt sau oft und dann ist es gleich paralysierend. Es kann ja paralysierend sein durch Bodyslam, oder? Es ist ja nicht so, dass Boden dafür sorgt, dass du gar nicht paralysiert sein kannst. Fisch kann zu paralysiert sein. Oh, come on. Bisher kann es keine genesen. Hallo, Jason. Okay, so viele Möglichkeiten habe ich leider jetzt auch nicht. Letzte Chance für eine schöne Paralyse. Jetzt mach es nochmal. Okay. Was ist bei Release random gefunden? War schon cool. Glaube ich. Es ist schon immer cool, Pokémon zu spielen, ohne zu wissen, was es für Pokémon ist. Ok, also hoffen wir einfach auf, wir können mal gucken, wie die Chance ist, wenn wir im gelben Bereich sind. Im gelben Bereich sind wir bei einer Chance von 2,7%. und im roten Bereich von 3,5%, ohne irgendwas verändert. So, Surfer bringt doch Safe um, oder? Das traue ich mich nicht. Sondersensor sollte am wenigsten Schaden machen. Außer Katapult. Ich glaube, ich bin mit Gelb zufrieden. Ah, okay. Das ist 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 okay. Okay, sehr gut. So, mögen wir das. Jetzt sind wir bei einer Chance von was? 3,5? 3,5%. Das sollte doch in den ersten 10 drin bleiben. Eins. Was ist das Ziel des Streams? Spaß haben. Zwei. Stimmt, vielleicht kriegt Salgard eine Overload-Form oder sowas. So Optimus Prime wird zu... Es geht zurück in so einer Zelle, die unbesiegbar ist. Drei. Okay. Das Theme ist nicht schlecht, ne? Aber ist das das Zigarre-Theme? Das klingt wie ein stinknormales Kampf-Theme. Wenn ich das so sehe, habe ich schon Bock, wieder Pokémon X zu zocken. Es gibt ein paar coole Momente, ja. Aber mach's doch einfach. Nummer 4. Jetzt so eine Pilz-Spore, ne? Das war ein Traum. Ich bin hier, um zu lernen, nicht Spaß zu haben. I'm here to read, not to lead. Moment andersrum. Ah, das war uns egal. Das ist ja Neas und Eweltal. Schade. Das Xeneas kein... äh, das Saigard kein Eingluss gekriegt hat. Nummer 5. 5. Was sind das für Chancen? Hohe Chancen. Denn seit Gen 4 ist alles nur noch ein Witz, was Legis anbelangt in Pokébellen. Und dann in Gen 8 und 9 haben sie es wieder schwerer gemacht. Aber ich glaube, in Gen 8 und 9 ist es genauso schwer wie das hier. Also... So 1,6%. Ja, doch, ich habe letztens nachgeguckt. Äh, Choraidon hat auch eine 1,6% Chance im Pokéball drin zu bleiben bei vollem Leben. Ich glaube, 1,6% ist seit Gen 5 Standard. 6 Bällchen, um ein Zellen akkumuliertes Tier zur Hälfte Zellen 50% Aura Umkehr zu fangen. Eine Schlange. 305 wiegst du? Das sind aber... Das sind aber mehr als 100 Zellen. Oder sehr schwere 100 Zellen. Wenn das Ökosystem der Kalos-Region kippt, erscheint dieses Pokémon und offenbart seine geheimen Kräfte. Da hätte man so viel Story draus machen können. Aber nein. Sechs Stück. Nicht schlecht, oder? Es gibt nicht mal Fahrradmusik hier. Es ist seltsam, dass ich überhaupt ein Fahrrad nehmen kann. Okay, wir machen ein Fluchtseil. Da kenne ich nix. Ich glaube, ich glaube, es war mein letztes Fluchtseil. Ja, Scurry kommt doch noch. In Gen 7 kommt Sigurd Story aber hier doch nicht, oder? Ist egal, dass das Ökosystem und bekommt Intelligenz eine eigene Story. Hoffentlich. Äh, hier, äh, Yannick, du hast es geschafft, dein... dein... dein 3DS zu modden. War einfach, oder? Ich habe es gestern auch dreimal wieder gemacht. Beim Gleichen immer wieder. In der Hoffnung, dass es was ändert. Oder das hier war gerade das Postgame, oder? Also ich meine, ich kann auch auf die Kampfinsel. Das ist ja auch Postgame. Oder Kampf... Bereich. Aber so viel mehr, außer die Roamer jetzt, gibt's doch so nicht mehr. War sehr einfach. Gell. Super einfach. Da haben wir Mewtwo. Forsch, Erzwinger, Mild, Auraumkehr. Ich glaube, ich werde das Sigurd auch in Y fangen, einfach um noch eins zu haben. Aber das ist unser einziges, was wir brauchen im ganzen Origin Decks. Weil die anderen drei... Ich glaube, da haben wir uns jetzt dazu entschieden. Werden wir in Gen 7 fangen. Weil nur das macht Sinn mit meinen Regeln. Sieht schon cool aus. Vor allem in Shiny. Ich habe gestern noch ein paar Starter gebrütet. Und... Fehlt nur noch... Äh... Dingsbums. Pflanze. Klick! Zygarde. Dann bleibt jetzt nur noch... Lavados in diesem Spiel. Aber es macht jetzt keinen Sinn, groß nach Lavados zu suchen, wenn ich sowieso noch Ewigkeiten im Gras verbringen muss, um diese kleinen Frechdachse hier zu fangen. Und... Diese... Drei... Frechd... Vier... Ne... Ah ja, ne, drei. Ist nicht hier... Ja doch... Drei... Also ich brauche noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Acht... Wovon... Zwei... Vier. Vier sind 1% Monst, die ich noch brauche. Der Rest sollte hoffentlich auf den Weg kommen. Und hoffentlich auch mehrere Lavados. Ich habe im Moment vier Lavados gesehen. Was machen wir zuerst? Ihr Biss, oder? Dann machen wir aber wieder Enequa an erster Stelle. Sind 10% und so weiter, Sie guard eigene Slots in Home? Ja! Zweimal 10%, zweimal 50%. Einmal mit Aura-Umkehr, einmal mit Scharwandel. Scharwandel. Weil Scharwandel dafür sorgt, dass es zur Optimus Prime werden kann. Hallo Megumina! Nicht, dass ich es dir nicht gönne, aber 6 Bälle für unser Guard ist schon frech. Ja. Wieso sage ich ja auch, seit Gen 4 sind Legis ein Witz zu fangen. Erinnere dich an Gen 3, wo die Chance 0,4% war und ich habe einen Ball gebraucht, um Rayquaza und Kai Ogre zu fangen. Ein Ball bei 0,4%, da kann man von Glück reden. Bei 6 Bällen bei Zygarde kann man noch nicht mal von Glück reden. Weil bei 5%, 4% ist 6 Pokébälle noch nicht mal sehr besonders. Also ist das, ja, es ist traurig. Ich stimme dir voll zu. Okay, ich weiß natürlich auswendig, wo ihr bis war. Es war doch da, wo ich zuerst auf die eine Route muss, aber dann runter auf die andere Route muss. Und da ist alles so herbstlich und das ist irgendwo... 20, 21, 22, 18, 18... Es ist hier 21 und dann runter zu 20. Fuck. War es 16? Und 15? Nee, das war... Hä? Wo war das? Siegelstraße. Nee, es muss hier... Fraktalia... Und dann aber nach links. Ich muss das Lavados nicht jagen. Das Lavados jagt halt wirklich mich, ja. Chuck Morris, hier. 190 und 202. Was ist das? Das sieht sogar gut aus, aber es ist noch nicht mal selbst gezeichnet. Es ist einfach nur das Gesicht drauf gepatscht. Wo in, Grill. Wo in, Phil. Griffel, genau. Wo in. Tachi, Tachi. Tachi, Tachi. Klein, Gen 1. Also in Gen 1 habe ich auch sehr einfach die Pokémon in Pokébellen gefangen. Das war irgendwie auch nicht schwer. Weil es da ein bisschen buggy ist. Vor allem, da bringt sowas wie Schlaf gar nichts. Erst ab Gen 3 hat, glaube ich, Schlaf was gebracht. Oh ja. Es war... Es ist sehr schade. Ich bin falsch. Okay, dann war es Route 18. Dann war es... Friskora. Wo war das? Schlaf hat gebracht, dass es nicht angreifen kann. Ja. Ich fand alles war super machbar, weil du einfach nur Pokébälle schmeißen musst und Geduld haben musst. Das einzig Schwere war wirklich Entei und Raikou. Das war einfach unfair schwer. Aber jetzt ist es halt... brauchst du nicht mal mehr Geduld. Jetzt musst du einfach nur 30 Bälle schmeißen und dann darfst du schon anfangen dich zu ärgern. 16 war es. Hier. Gehen wir mal einen größeren Bereich. Okay, wir müssen jetzt ungefähr abschätzen, wie groß die sind. Aber wir sollten es merken. Wir haben beide Medium schon. Wir brauchen noch ein ganz kleines. Okay, das ist ein Paragonia. Warum bist du hier? Wir brauchen noch ein ganz kleines. Und dann ein L. Noch ein L. Und das... krasse... XL. Okay. Du hast drei quasi nur mit Pokébällen geschein gehunted. Oje, Mini. Aber hast du es gekriegt? Griffel genau. Äh, warum kommen zwei mal hintereinander... Paragonia? Die Attacke sieht geil aus. Warum hat Egelsamen keine Wirkung auf... auf Eneko? Kann der mir nicht wehtun? Paragoni kill mich. Eneko ist nicht da, um zu leben. Wir brauchen nur den Leichnam. Wir brauchen den Leichnam, um... Oh Mann. Was machen wir gerade? Wir suchen Irrbis. Wie groß bist du? Du bist glaube ich Medium. Das... Uh, das könnte L sein. Ne, das ist Medium, oder? Muss ich die jetzt alle testen? Aber stimmt, durch einen Pokédex kann ich es ja auch... testen. Brauche ich das jetzt... Ich glaube das ist L. Das ist ziemlich groß. Ich fange es mal. Vielleicht mache ich Amagaga an erster Stelle, damit es wenigstens Dollar Metal machen kann. Hätte ich zu... Ach, er hat mich zur Pflanze gemacht durch diese geile Attacke. Brauchst du ein Overlay mit den Größen? Das könnten wir sogar... Aber das... Das bringt nichts. Also es bringt nur was, wenn ich die Landschaft mit im Bild habe. Also ich müsste... Quasi vier Bilder nebeneinander haben von einem Kampfbildschirm. Weil nur die PNGs bringen nichts. Die PNGs könnte ich jetzt ganz einfach einfügen. Ich kann mal gucken, ob es was gibt. Ähm... Wie heißt du auf Englisch? Pumpkaboo. Pump... Ka... Bu... Size... Comparison. Waldes Luft macht Typ Pflanze und Halloween macht Typ Geist. Ah... Es gibt nicht wirklich... Schöne Bilder, die ich in mein... In mein... Overlay einbauen möchte. Die sind alle sehr hässlich. Oder bringen einem gar nichts. Viel aus Pokémon Go, was mir nichts bringt. Schwert und Schild sind sie ja auch. Pumpkaboo... Size... Vielleicht Size Overworld oder so. Ne, das ist Schwert und Schild. Stimmt, in Schwert und Schild kann man sie ja sogar anhand der Overworld sehen. Oh, das ist da einfach. Ne, es gibt nicht wirklich... ...was Schönes, was ich jetzt in mein Overlay rein tun möchte. Es gibt halt dieses hässliche Bild hier. Aber... Cool. Weiß ja nicht, ob das... Es bringt noch nicht mal so viel. Schau mal, Large und X-Large sehen beide gleich groß aus, weil das eine weiter weg... Oder weiter oben fliegt. Die sehen beide gleich groß aus, in dem... Das ist einfach... Ja... Ne... Ich glaub... Aber danach, glaub ich, hab ich wirklich grad Large gefangen. Das geht schon, wir kriegen das hin. Das ist L wegen dem In-Game-Modell. Aragoni oder Irbis? Irbis. Wie groß ist der? Das ist Regular. Tja... Wer braucht denn das? Wie lange in Neko überlebt? Einfach, weil es normal ist. Einfach die Größe aus dem Kampfbildschirm abmessen und dann einfach ein leeres Overlay mit roten Strichen. Das klingt alles super schön, ist aber komplett unnötig, das ist Small. Weil ich seh einfach, was die Größe ist. Ich weiß, wir können... Man kann alles irgendwie so machen, dass es zu einer Studie wird. Aber wenn die Studie länger dauert als das Tatsächliche, dann ist das, glaub ich, sinnlos. Wie wenn Leute schreien, Leo, warum hast du keinen Trugschlag? Ja, weil jedes Pokémon im mindestens fünften Ball drin bleibt. Ich brauch keinen Trugschlag. Aber ich mach trotzdem Amagaga an erster Stelle. Oder an zweiter Stelle. Jetzt kommt Shiny Irbis. Ich bin dafür. Ich hab nämlich... Ich hab Shiny Irbis, aber ich glaub nur die normale Form zweimal. Ich brauch alle nur in anderen Formen noch. 20 fangen, alle vergleichen die S sieht und M sieht man im Kampf nach einer Zeit. Ich find, ich seh die jetzt schon. Ich mein, solange ich das XL nicht verpasse und das ist wirklich schwer zu verpassen, ist ja alles nicht wild. Und wir können auch immer mal wieder ein Pokédex zwischenchecken. Ich mein, das können wir jetzt mal kurz machen. Ich hab noch nie einen Pokédex hier geguckt. Wie sieht denn der aus? Es gibt halt diese komischen, verschiedenen... Oh Gott. Vielleicht lieber doch den... Das müsste ja der letzte Pokédex sein, oder? Der... Welcher ist das? Kalux Gebirgspokédex wahrscheinlich. Warum unterteilen wir den durch 3? Damit's nach mehr aussieht? Ähm... Okay... Wo ist's? Ah, hier. Und jetzt? Hat auch da Form? Okay... Hä? Hast du Form im Sinne von Silhouette? Hä? Warum ist das so komisch gemacht? Wie... Wie... Was? Gebiet... Größer S. Hier. Oder? Ah, R und L. Okay, geht nicht. Ich muss touchen. Ich kann nicht L und R drücken. Ah doch, jetzt. Also ich hab M... S... und L. Das gerade war L. Ja. Sieht man doch. Wie groß der ist. Ich hab schon richtig gesehen. XL ist 1%, L ist 4%, S ist 10% und M ist 20%. Hier sieht man's halt noch gar nicht. Außer am Ruf würde man's hören. Das ist S. Moment, ich brauch ja noch ein S. Na ja, mit dir. Na ja, mit dir. Ich brauch ja noch ein S. Okay, wir haben ein L. Also... Dich. Äh... Dich. Und jetzt brauchen wir noch das S. Das haben wir hier gerade. Dann brauchen wir noch ein L und zwei XL. So wie sich das gehört. Dann kommt noch 6x Lavados auf den Weg. Und dann geh ich rüber auf Route 4. Hol mir noch zwei weiße und ein orangenes. Und dann kann ich Lavados in der Höhle finden. Und fertig. War das weiblich? Ach, komm mal. War das echt weiblich? Ich guck gar nicht mehr, weil ich Schambolzen hab. Aber Schambolzen ist halt auch keine riesige Garantie. Okay, wir brauchen noch ein S. Ne, ne, das kann männlich und weiblich sein. Genau, XL hat eine tiefere Stimme. Da müssen wir aufpassen. Das heißt, jedes Mal, wenn eins kommt, Stille. Das ist groß. Aber der Ruf war nicht anders. Also das ist mindestens L. Aber der Ruf war nicht anders. Aber es ist schon sehr groß. Es könnte fast XL sein, aber der Ruf war kaum anders. Das ist schon sehr. Das ist L. Ich sag, das ist XL. Ich glaub, der Ruf ist nur ganz leicht anders. Aber gucken wir mal. Ich muss es eh fangen und dann schau im Pokédex, ob ich XL habe. Dann war das XL. Ist es denn männlich? Oh mein Gott. Das wär so zerbrechend einfach, wenn ich ein XL finde und es ist weiblich. Trotz 67%. Männlich. Tamping auch findest du cool. Paragoni. Paragoni ist das coole. Klick. Ich sage XL. Weil das war größer. In dem Anfangsbildschirm hat es nicht mehr aufs Bild gepasst. Und ich glaub, das L passt noch aufs Bild. Aber der Ruf war echt nicht anders. Komm, bitte habt ihr gemerkt, wo ich war. Bitte habt ihr gemerkt, wo ich war. Ey. Größe L. Ich kann wieder nix machen. S. M. Ne, es war L. Du hattest recht. Es war L. Ich hab kein XL. Krass, wie groß L ist. Ah gut, haben wir L. Und immer noch ein männliches S. Dann... Was? Wir müssen nur noch auf ein Prozent warten. Ich hoffe ja auf ein Shiny-Para... äh... Tarnping-Yong, wenn man das nicht sieht. Oh, Clefki gibt's ja auch. Problem ist, alles was es hier gibt, habe ich in Shiny schon. Außer halt die... Anderen Formen von Irrbis. That's a big boy. Aber ist es... Big big boy. Ne, ist auch L. Ziemlich sicher, oder? Ja, das ist auch L. Weg mit dir. Vier Prozent? Er braucht schon vier Prozent. Zehn Prozent brauche ich. Das ist M. Ja, das ist M. Man sieht's doch schon am Anfangsbildschirm. Wenn es perfekt reinpasst, M. Wenn's grad nicht reinpasst, L. Wenn's gar nicht mehr reinpasst, XL. Und wenn... Man es komplett sehen kann, ist es S, so wie das hier. Es sollte S sein. Das ist, glaub ich, S. Ist das S? Oder ist das M? Ich glaub, das ist S. Willst du Pokémon X durchspielen? Do it. Ich hab 20 Stunden gebraucht. Und ich hab eigentlich nix anderes gemacht. Aber ich hab auch keinen Trainer übersprungen. Ich hab jeden Trainer gemacht, der... ...offensichtlich rumstand. X ist kein langes Spiel. Das längste bisher ist, glaub ich, echt Gen 4. Gen 4 ist, glaub ich, das längste. Sonne und Mond wird, glaub ich, das längste sein. Aber bisher... ...war 5, glaub ich, das schnellste. Oder Gen 1. Gen 1 ist natürlich das allerschnellste. Ich glaub, dann Gen 5. Dann Gen 2. Dann Gen 3. Dann Gen 6. Und dann Gen... Ey, warte mal. Egal. Auf jeden Fall. Gen 6 ist nicht lang. Du rennst einfach einmal durch. Mal schnell durchrennen. Ist sogar relativ gradlinig. Du musst nicht sehr viel aufpassen, dass du... ...den richtigen Weg gehst. Ich find X schneller als 5. Ich war also... ...vielleicht nicht 5,2. Aber 5... ...hab ich so schnell durchgespielt dann. Das ist... Das könnte XL sein. Aber der Sound war wieder nicht anders. Oh, das ist schon groß. Oh, das ist eh weiblich. Das ist auch nicht XL. Gen 9 ist auch nicht kurz. Gen 9 ist auch nicht kurz, ja. Aber Gen 8 geht relativ schnell. Oh, das... Das war jetzt wirklich groß. Aber der Ruf war wieder nicht... Ist das wieder L? Der Ruf... Aber das war noch größer als das andere am Anfang. XL? Ich glaub, du sagst immer XL. Ich sag auch L. Aber ich hab grad bisschen Schiss... ...dass es XL ist. Guck mal wie groß das ist. Guck mal wie groß das ist. Ich fang's. Weil es ist ja nicht schwer zu fangen. Bei 5 hat man noch Level-Node. Das stimmt. Und... Ja, das stimmt schon. Ich war aber halt überrascht, wie schnell wir weiß durchgespielt haben, ohne dass ich leveln musste. Nur mit dem Starter. Aber das stimmt. Hier kann man noch schneller durchlaufen als in 5, weil man hier einfach ein ganzes Team die ganze Zeit levelt. Toasty! Du bist... Äh... Traunmagier. 1 oder 2 wegen Geschlecht vom Charakter? Was hat... Was hat das mit irgendwas zu tun? Was willst du uns sagen? Was meinst du? Gen 2 ist definitiv das längste, wenn du Yoto, also wenn du Kanto mit dazu zählst. Aber es ist halt Endgame. 1 für männlich, 2 für weiblich. Jason, keine Ahnung, was du uns sagen willst. Aber... Hab einfach Spaß dabei. Ich sag jetzt, dass ich... Langsam bin ich davon überzeugt, dass es XL ist, so wie das nicht drin bleiben will. Ich hab gehört, XL hat eine legendäre Fangchance. Ne, es ist nicht XL. Ihr sollt 1 oder 2 sagen. Wie wäre es mit egal? Warum interessiert es dich, ob männlich oder weiblich der Charakter? Ist einfach auch dumm. Deswegen antwortet dir keiner, weil es eine dumme Frage ist. Und es ist kein vollständiger Satz gewesen, den man verstehen könnte. Oh Gott. Der Test. Der Test. Der Test. Hallo Hikaru. Es war bestimmt hell. Okay. Ja. Es war wieder hell. Aber es ist halt so die ganze Zeit so... Ah, es ist schon fett. Schon fettes Viech. Das ist es. Wie hast du mich grad genannt? Fett. Brian sieht das Ganze wieder auf sehr faktischer Ebene. Es ist egal, welches Geschlecht dein Charakter hat. Das wird nicht festgehalten. In deinem Dex. Gefangen von weiblichem Leo. Gefangen von männlichem Leo. Ich hab grad das dumme Bild gesehen von dir, Heppens. Spell Run. R U N? Yes. Ah. So dumm. Oh mein Gott, es ist dumm. Achso, du fragst uns, was du nehmen sollst als Geschlecht. Mensch. Weiblich. Die sehen immer besser aus. Wie in der echten Welt auch. Origin Dex Gen 6? Was hat mich verraten? Woher weißt du das? Stalkst du mich? Bist du die Person, die die Sicherheitskamera hinter mir aufgebaut hat? That's a big boy. Not big enough. Wenigstens gibt es hier anscheinend keine Massenausbrüche. Jetzt zu spät, ich hab mit Zufall Männ nicht genommen. Das ist M. So, Schwan hätte gerne einen Pokécall, dann sag mir bitte, was ist das? Okay, das kennt man. Ich möchte behaupten, das ist Gen 1. Oder Gen 2. 2. Oder 3. Oder 3. Wie wär's mit Stolos? Das ist wieder ein L. 2. 5. 5. 5. 6. 10. 11. 11. Nicht Arcani, der ist es nicht. Ups. Äh, Rizaros? Ne, Rizaros ist ganz eindeutig. Das klingt wie ein Rizaros. Donfarn? Donfarn auch interessant. Ich glaube, wir hatten letztens Donfarn und es klang nicht wie ein Elefant oder sonst irgendwas. Und es war sehr überraschend. Ja, irgendwie... Ich weiß halt, dass Arctos macht... Irgendwas. Und Zapdos macht... Vielleicht macht Labados ja... Das ist schon ein relativ langer Schrei und Legis haben immer ewig lange Schreie. So, Schmann, was ist deine finale Antwort? Draschel. Wie kommst du jetzt auf Draschel? Dann kommt wieder ein Shiny Hunt. Wer sagt, dass wir nicht gerade am Shiny Hunten sind? Ist man nicht immer am Shiny Hunten? Wenn jetzt ein Shiny kommt... War ich dann am Shiny Hunten? War ich erst am Shiny Hunten, wenn ein Shiny kommt? Oder bin ich immer am Shiny Hunten, wenn ich Pokémon suche? Ich meine, das ist eine sehr philosophische Frage. Aber zuerst... Ich dachte, du wolltest mich ärgern, aber dann ist mir eingefallen, dass du ja... mich eigentlich nie ärgerst. Plus U ist voll im Gut. Leu. Okay, so Schmann sagt Draschel. Das hier ist ein... Impergator. Alle komplett falsch. Kein Flug, kein Leggy. Kein Drache. Einfach nur... ein dickes Kroko. Und jetzt werdet ihr nie wieder vergessen, wie... Impergator klingt. Hallo Thais. Ich hoffe, es geht dir großartig. Jetzt hast du mein Gehirn kaputt gemacht. Jetzt, wo du es sagst. Natürlich ist es Impergator. Es könnte zur Abwechslung ja auch eine Massenbeginnung kommen. Zum Glück kommen hier keine. Deswegen ist das ja hier so angenehm. Das geht es. Und du siehst wie immer großartig aus. Lüg doch nicht so dreist. Leon sieht vielleicht gut aus, aber Leo? Mir geht's gut. Wir haben eine neue Wohnung gefunden. Ich hatte so Angst, dass wir keine kriegen. Aber die erste, die wir angeschaut haben, wurde es dann schon First Try wie immer bei allem bei mir. Wo gibt es First Tries, die schlecht sind im Leben? Mord? Nee. Dann ziehst du um. Wir müssen zwei, vielleicht sogar drei Monate Doppelmiete zahlen, weil wir hier jetzt nicht früher rauskommen. Wahrscheinlich. Deswegen ist das mit dem Umziehen ein sehr dehnbarer Begriff. Weil wir zwei Monate Zeit haben, aber wir dürfen rein Ende Juli. In ca. 15 Minuten beginnt Deutschland gegen Spanien. Wer denkt, ihr gewinnt? Oh mein Gott. Bitte Jason, spiel den Live-Ticker. Ich darf kein einziges Tor verpassen. Ich darf nicht mal einen Fußtritt von einer deutschen Mannschaft, einer deutschen Mannschaft. Ich spiele ja mehrere. Verpassen, bitte. Halt uns auf dem Laufenden. Ungeplante Schwangerschaft, I guess. Oh ja, First Try. First Try bei der ungeplanten Schwangerschaft ist vielleicht nicht so positiv. 2 zu 1 Deutschland, merkt euch meine Worte. Ich sage, als einer, der sehr viel Ahnung von Fußball hat, wir bekommen ein 23 zu 15 für Argentinien. Hallo Azrael, Glückwunsch. Ich glaube erst dran, wenn wir drin leben. Jetzt müssen wir erst mal den Vertrag... Ich habe den heute komplett schon durchgelesen, den Vertrag. Ein paar Sachen gefallen mir nicht. Aber ich denke nicht, dass die änderbar sind. Ich glaube eher, dass das Standardfloskeln sind. Aber ich will die trotzdem vorwarnen, dass ein paar Sachen übertrieben sind. Weil auch eine Sache ist, dass die regelmäßig vorbeischauen und überprüfen, dass wir auch den Vertrag einhalten. Und dann habe ich keinen Bock, dass die Sachen finden, die wir einfach so gemacht haben. Weil dann haben sie Grund, uns einfach rauszuschmeißen. Das ist ein großer Junge. Das ist ein großer Junge. Aber ist es groß genug? Nein. Leute, ganz wichtig. Starterwahl 1, 2 oder 3. Froxi. Mit Froxi schaffst du es am einfachsten. 1. Ja. Hör auf, Thais. Gigamaro. Genau. 2. 2. Nein, jetzt kommt kein 1%. Ich brauche doch nur 1%. Wie schwer kann es denn sein? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit schon 1% zu finden? Das kann ja nicht so niedrig sein. Medium. Wusstest du, dass mit einem Pokémon mit der Fähigkeit reiche Ernte im Team hast du die Chance, ob Großirbis erhöht wird? Wenn ich das jetzt google und es stimmt nicht. Nickman. Du darfst dir deine Strafe dann selber aussuchen. Außerhalb des Kampfes, seid Pokémon Schwert und Schild. Ziehen Pokémon an erster Stelle des Teams mit dieser Fähigkeit Pflanzen-Pokémon an. Das heißt, wenn es auf einer Route möglich ist, trifft man mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf ein Pflanzen-Pokémon. Erstens. Pokémon Schwert und Schild. Wir sehen in Pokémon X. Zwei-Generationen-Unterschied. Erste Stelle des Teams holt mit einer Fähigkeit Pflanzen-Pokémon an. Das heißt, dann kann nicht nur Irbis kommen und Tamping-Yong und Paragoni und, äh, Klefki, sondern nur Paragoni, Tamping-Yong und Irbis. Das arme Klefki wird dann voll rausgemobbt. Ja, ich brauche definitiv reiche Ernte. Bitte keine Bestrafung. Die Bestrafung kommt hart und gerecht. Hart aber fair. Sei bloß vorsichtig. Fake News müssen bestraft werden. Hier, auf diesem Kanal, werden Fake News noch bestraft. Hier hängt der Stream-Segen noch nicht schief. Manchmal. Manchmal hängt er so schief, dass er 180 Grad ist, aber dann merkt man's nicht. Nee, der hängt so schief, dass wir 360 Grad schief hängen und dann ist es wieder normal. Auf Toilette habe ich was verpasst. Fake News hast du verpasst. Somit hast du nichts verpasst. Wie Icarus zu nah an der Sonne geflogen. Du magst Fingst und Froxie? Ja, nimm doch Froxie. Froxie ist definitiv die Wahl, um das Spiel am schnellsten durchzuspielen, weil Froxie verdammt stark ist. Aber wenn du die anderen, wenn du Fingst lieber magst, dann nimm Fingst. Die Frage ist, haben wir was verpasst? Das wird schon wieder so philosophisch hier. Wann verpasst man schon was? Ich meine, wer erlaubt sich, in Frage zu stellen, dass das, was du gerade gemacht hast, wertvoller war als das, was ich gemacht habe oder andersrum? Was ist in Gen 6 dein Lieblings shiny Pokémon? Jetzt ruinier doch nicht die Stimmung mit so einer banalen Frage. Ich will hier gerade die Welt verändern mit meinen Worten. Ausruhezeichen Liebling. Das ist mein Lieblings Gen 6 shiny Pokémon. Ich glaube, ich habe Fingst genauso gerne wie Froxie, aber beide haben in jedem Playthrough schon genommen. Dann nimmst du Igamaro. Ich finde Briga, Briga, Rot, Don, was? Das ist schon cool. Das ist schon eine fette Festung einfach. Ein Schlüssel. Hallo Beast. Warum haben so viele Leute graue Namen? Wegen dem Wetter? Beast, du hattest gestern eine andere Farbe. Bist du jemand, der gerne die Farben wechselt? Oder bist du nur einer Farbe versehen von meinem Chatterino, weil du gar keine Farbe hast? Ich mag Porenta am meisten. Wusstest du, dass Porenta in Gen 8 eine Entwicklung bekommen hat? Die sollte dir wahrscheinlich noch mehr gefallen, weil jedem gefällt diese Entwicklung. Es ist Lauchzelot. Jetzt rat mal, wie es aussieht mit dem Namen Lauchzelot. Der sollte grün sein. Chatterino bist du... Ne, du bist grau. Jetzt bist du grün. Yay. Denn das wusste ich nicht. Bitte erzähl mir mehr davon. Um ein Porenta zu Lauchzelot zu entwickeln, muss das Porenta in einem Kampf drei Volltreffer machen. Was relativ schwierig ist, weil erstmal musst du es natürlich schaffen, drei Volltreffer zu machen, was sehr random ist. Und du musst es auch noch schaffen, dass der Gegner überhaupt drei Volltreffer überlebt. Oder zwei. Und beim dritten darfst du dann sterben. Weswegen du Taktiken anwenden musst, wie zum Beispiel, dass du viel stärkere Pokémon bekämpfst, dass sie ja nicht durch Volltreffer sterben. Und dann kannst du auch noch den Lauch als Item tragen, der die Volltrefferquote von einem Lauchzelot erhöht. Was? Porenta ist doof? Warum ist Porenta doof? Achso, deswegen musst du es machen. Warum hörst du mir zu? Ich mach grad meine Haare. Rosa kommt einfach rein und sagt, Porenta ist scheiße. Weil sie hat, in Pokémon Go hat sie, ich muss jetzt flüstern, damit sie mich nicht hört. In Pokémon Go hat sie rausgefunden, dass man Porenta entwickeln kann. Aber nur, wenn man eben das Äquivalent dazu macht, indem man mit Porenta zehn fabelhafte Würfe macht. Was nicht so einfach ist. Oder was zumindest dauert. Aber man muss sich halt ein Lauchzelot verdienen. Es ist graziös. Es ist wundervoll. Ich meine, es ist der King Arthur der Pokémon-Welt. Warum ist mein Name auch grau? Warum werden eure Namen alle grau? Twitch. Twitch hat kurz das Licht ausgemacht. Aber Shiny, Galar, Porenta ist so unauffällig. Manchmal ist es halt, liegt es im Detail. Ein Porenta, Galar, Porenta in Shiny. Übrigens auch ein normales Porenta in Shiny ist relativ normal. Man muss halt genau hinschauen und dann siehst du dieses leichte Goldige in Porenta. Mäßi-Namen-Schwarz. Schwarz, Grau. Das werden wir wieder philosophisch. Jetzt macht mir die Starterwahl Kopfschmerzen. Ich kann das alles nicht mehr. Warte, ich hab da was für dich. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und das ist okay. Weil die Starterwahl in Pokémon ist sehr wichtig. Da muss man auch mal kurz verzweifeln. Dafür gibt's fünf Minuten. Brian, achte auf deine Bordwahl. Kleiner Frevelbold. Hallo, Lilly. Auch zu laut den Shiny ist übergeil. Ja, ich find Gold ist immer, kommt drauf an. Vor allem ist es nicht Gold, es ist Gelb. Aber es ist kein hässliches Shiny. Aber ich glaube, Lauchsalot wäre noch schöner gegangen. Indem es zum Beispiel komplett weiß ist. Der Lauch zum Beispiel ist auch komplett weiß. Das wäre, glaube ich, cool gewesen. Harkis ist auch gelb. Ja, ist auch hässlich. Nur weil Gott gelb ist, heißt ja nicht, dass alles gelb sein muss. Das klingt komisch. Langsam dauert es ein bisschen lang. Ich mein, wie viel Pokémon muss ich sehen, um das 1% zu bekommen? Dieser ist auch gelb. Aber nicht so gelb. Nicht angepisst gelb. Das ist eher, das ist tatsächlich goldenes Fell. Man merkt die 1% gerade. Ja. Sind Bananen alle Götter? Wie hast du jetzt darauf geschlossen? Ich sag nur, weil Gott gelb ist, muss nicht alles gelb sein. Und du sagst, also sind Bananen Götter. Vierte Klasse Logik. Girl Math. Wenn die Schuhe 20% reduziert sind, heißt es, ich habe 20% gespart. Korrekt. Dir wurde 20% Geld geschenkt. Also ja. Oh, Banana. Ich finde es geil, dass du das schreibst und ich lese es instant, wie Donkey Kong 64 es vorgesehen hat. Vierte Klasse habe ich nicht geschafft. Miese Zeiten. Das war hart damals in der vierten Klasse mit neun Jahren. Ne, wie alt ist man da? 8, 10? Damals mit 10. Harte Zeiten. That's a big boy. Not big enough. Oder? Sollen wir mal zwischenchecken, ob ich zufällig ein XL gesehen habe? Gott, es würde mich aber brechen. Ich will nicht. Ich will da jetzt kein XL sehen. Aber das kann nicht sein. Ich hätte das doch gemerkt. L ist immer noch das letzte. Ich wurde zu früh eingeschult und Vorschule hatte ich auch keine. Ich weiß gar nicht, was Vorschule ist. Bei uns gab es nur den Kindergarten. Und dann bist du mit 7 oder 6 in die Schule gegangen. Ich glaube, ich bin mit 6 in die Schule gegangen. Aber ich bin auch noch mit 7. Aber ich bin auch noch am Ende des Jahres geboren. Also ist das sowieso noch mal später vom Alter her. Aber ich weiß es nicht. Das heißt Vorschule, weil es vor der Schule ist. Ja, aber das könnte auch heißen, dass du um 4 aufstehst, um 3 Stunden vor der Schule nochmal in die Schule zu gehen. Vor der Schule. Ich verstehe halt nicht den Unterschied zu Kindergarten. Ich glaube, damals gab es das wirklich noch nicht. Hallo Itachi. So weit denke ich nicht als ehemaliger Viertklässler. Ich meine, wann hast du denn Zeit, in die Vorschule zu gehen, wenn du sowieso Kindergarten machst? Heißt das, du kannst in den Kindergarten... Man muss ja nicht in den Kindergarten gehen. Aber das heißt, man kann in den Kindergarten gehen. Und dann kannst du, bevor du zur Schule gehst, nochmal zur Vorschule gehen, um dann erst in die richtige Schule zu gehen. Ist dafür nicht der Kindergarten da? Oder lerne ich in der Vorschule schon... Äh, französisch dritten Gradis. Schlagt mir bitte eure Meinung nach ein gutes Team für Pokémon X vor. Du verlangst so viel von uns heute. Oh! Aber der ist auch large. Kann ich mir wenigstens... Warte mal, ich hör den mir mal an. Der muss doch auf P-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po... Hinterlegt sein. Achtung, das wird laut Achtung Achtung, absolute Stille Ja, den kenne ich Achtung Klingt ein bisschen geil Klingt geil Ja, merkt man, das ist die Frage Das sollte man merken Entweder zwischen Kindergarten und Schule oder wenn man nicht In den Kindergarten geht Warst du nicht im Kindergarten, Heavens? Gibst du Hast du die glorreichen Tage des Kindergartens verpasst? In denen du vom Kind zum Mann geworden wärst? Die harten Zeiten im Kindergarten Wo man auf Kommando schlafen musste Wir machen jetzt eine Stunde Mittagsschlaf Ich lag da glaube ich immer nur rum Mich so gelangweilt Eine Stunde lang In die Decke In die Decke gebohrt Ich brauch zwei davon Und es ist nicht mal eins da Ich hab doch Ich glaube es waren aber noch nicht mal 100 Pokémon Die ich gesehen hab, oder? Aber es ist noch kein Labbadus gekommen Das könnte ich vielleicht auch mal nachforschen Dann könnte ich zumindest dauernd auch die Route wechseln Ich weiß wer das ist, Brian Aber es gibt keinen Grund Jemandem ein Wort zu nennen In meinem Stream Und dieses Schimpfwort sollte man heutzutage nicht mehr sagen Du denkst, ich habe dich gebannt, weil du ein Schimpfwort benutzt Du kannst hier viele Schimpfwörter benutzen Wie Hey du Vollidiot Hey du Arschloch Hey du verfickte Bullshit-Scheiße Aber Es gibt Wörter, die man heutzutage nicht mehr sagt Und dein Wort gehört dazu Das musst du auch nicht akzeptieren Das kannst du auch in deinem Privatleben noch benutzen Wie du Bock hast Aber halt hier nicht Weil wir in der Öffentlichkeit hier stehen Und ich Will Oder muss Aber ich will vor allem Mich an gewisse Prinzipien halten Die ich habe Aber du kannst sagen, dass Herr Kurz Ein vollkommener Vollidiot ist Aber ich kenne den Herrn nicht Aber du musst halt das Wort umschreiben Aus dem waren es nur fünf Minuten Andere hätten dich vor live gebannt vielleicht Ab ins Kettchen Hey warte ich wollte Roma Die Roma-Regeln In Gen Sechs Sechs Moment If the player uses fly the roaming pokemon will relocate to a realm location traveling normally on the other hand will only provide a small chance for the roaming pokemon to change routes And even then it will move to an adjacent route route Mach doch keinen Sinn Wenn man normal sich bewegt Es ist nur eine kleine Chance Dass es die Route wechselt Und selbst dann will es Okay Verstehe ich das richtig, dass in Gen 6 Also hier Verstehe ich das richtig, dass in Gen 6 Der Roamer gar nicht springen kann Sondern immer nur die nächste Route nimmt Das ist neu Entering any of the connecting gates between cities may cause the roaming pokemon to relocate randomly Okay, also wenn man gates benutzt, ist es komplett random May This appears to be on a timer, however As immediately pursuing the roaming pokemon does not seem to cause it to change location Right Das heißt, in der Gen kann ich den Roamer sogar finden Weil er die Route nicht wechselt Solange ich halt wirklich ihn verfolge What? As a bird will automatically flee upon encounter It cannot be caught until after it has been encountered 10 times Okay It will always be the first white pokemon encounter In Talgrance of the pokemon league has been defeated Okay Aber da steht nichts von wilden Pokemon Also Es sucht sich einen neuen Ort, wenn ich fliege Also wenn ich fliege, ist es wirklich komplett woanders Und nimmt nicht einfach die nächste Route Wenn ich mich normal bewege Nimmt es nur manchmal die nächste Route A small chance for the roaming pokemon to change route Hä, dann ist es ja Wenn ich es im Pokédex sehe Aber ich sehe es glaube ich nicht im Pokédex, oder? Auch ich sehe es im Pokédex, keine Ahnung Aber wenn ich eine Ein Gate benutze Kann es die Route komplett random wechseln Aber wilde Pokemon steht hier nicht Das heißt im Moment Ist das Lavalos die ganze Zeit an der gleichen Stelle Weil ich nicht Weil ich mich nicht bewege Äh Lass mal kurz gucken Ob das hier irgendwo ist Äh Sollte glaube ich hier sein Okay Es sollte nicht hier sein Ich will nur gleichzeitig halt das irgendwie machen Dass ich auch die Chance habe Ein Lavalos zu finden Okay Warum zeigst du mir Achso Weil es unten ist Egal Zweite Pokédex Yes Das was rot leuchtet Okay Schauen wir mal ob das wechselt Wenn ich einmal kurz hoch und runter gehe Weil oben ist glaube ich direkt Wenn ich hier bin Boom Andere Route Boom Andere Route Dann kann ich wieder hier hin Aber wenn es nicht so schwer ist Wenn es echt nicht die Route so viel wechselt Dann kann ich das ja super einfach verfolgen Da ist es immer noch auf der Route Obwohl ich die Route gewechselt habe Also vielleicht ist es hin und her gesprungen Okay warte Das teste ich nochmal Was ist beim Shiny Zapdos anders Shiny Zapdos ist ein bisschen dunkler Sieht man aber Ist schwer Es ist echt immer noch da Aber wenn ich Das heißt ich muss zu Fuß da hingehen Wenn ich fliege ist es komplett woanders Aber wenn ich zu Fuß hingehe Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch Dass es einfach da bleibt Interesting Das sollte ja dann nicht schwer sein Es zehnmal zu finden Okay Dann suche ich weiter Irrbis Oder machen wir Komm wir machen zwischendrin mal jetzt Lavados Das ist Abwechslung Ich kann aber auch so lange hin und her fliegen Bis es einfach random neben mir ist Mal schauen wie lang Wie gut ich durchkomme Ich komme eigentlich Wenn ich durch den Tunnel gehe Kann es Es kann springen Es muss nicht springen Wenn ich fliege Springt es auf jeden Fall woanders hin Und wenn ich durch den Tunnel gehe Kann es woanders hinspringen Ja nur Lavados schicht richtig raus Arctos wird auch nur leicht heller Arctos wird leicht heller Zapdos wird leicht dunkler Und Lavados wird einfach pink Das war zu lang in der Sonne Bye King Froggy Tony Groß steht kurz vor der gelben Karte Oh mein Gott Ich meine ihr seht wie Wie ich mir fast die Die Zähne ausbeiße An dieser So spannend ist das Es ist sowieso schon ein gerupftes Hühnchen Aber in Shiny ist es einfach ein verbranntes Gerupftes Hühnchen Ich lasse den Stream an Dankeschön So das war jetzt zum Beispiel Ein Durchgang Und wenn wir jetzt gucken Dauert halt ewig hier hinzukommen Es ist immer noch da Rosa geht übrigens heute aufs Sugar Babes Konzert Round round baby Round round like a record Ne Moment das ist falsch Ähm Cause I'm in too deep Ne Thriller Ah ne Ihr wisst schon Sugar Babes 14 Okay irgendwie bin ich hier schlecht Ich brauche Eine andere Ausgangslage Bis ich da bin dauert ja ewig Ah ich hätte hier unten Äh Angler hätte Okay ich fliege jetzt mal So lang hin und her Bis es in der Nähe ist Wo ich leicht hingehen kann Hallo Lizzy Sanma Gibt's die noch? Hab ich auch gesagt Die gibt's noch ja Die machen sogar immer noch Regelmäßig neue Musik Aber ich schätze mal Das Konzert wird nur aus den Klassikern bestehen Leider ist das Konzert im Freien Und das Wetter hier ist Gesudelt Jetzt ist es da unten Blöd Aber das sieht ja fast so aus Als würde es am besten sein Wenn ich einfach Dahin gehe Wo zum Beispiel Drei Routen nebeneinander sind Wie zum Beispiel hier Oder da Das ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten Dass es in der Nähe ist Ich geh mal hier Aber nicht mit originaler Besetzung Doch mit originaler Besetzung Und zwar so original Dass ihr denkt Die ist neu Aber es ist tatsächlich die Die drei Gründungsmitglieder sind Lissi Dankeschön Für 19 Monate Okay Das zehnmal machen Ist dann doch ein bisschen nervig Wenn ich jetzt nicht schnell In der Nähe von Ist das so weit weg? Oder ist das logisch In Illumina City Einfach die ganze Zeit zu sein? Ne Ich fliege jetzt einfach immer Immer dahin Wo ich gerade bin Ich muss halt jedes Mal Durch dieses Menü durch Das finde ich aber Ein schöner Kompromiss So jedes Mal Wenn du fliegen einsetzt Ist es komplett woanders Aber wenn du dich bewegst Ist die Chance ganz okay Dass es bleibt Was heißt Ihr bist gefunden? Nein Nur wegen dir Okay Es ist nebenan Flava Das ist einfach nebenan Ich finde den Weg Lissi Dankeschön Für 19 Monate Das ist es nicht Verdammt Das ist immer das erste Was kommt Okay Das war dann falsch Hä? Aber da war nicht mal Ein Tunnel durchgegangen Das muss hier sein Hä? Es ist hier Die Regel von dem Roamer Ist dass es immer Sofort kommt Das wäre das fünfte Mal Ja Wieder nicht Ist das ein Unterschied Ob es im Wasser ist? Okay Hier ist es Das heißt Es erscheint sofort da Wenn ich im richtigen Grasbereich bin Komische Regel Nummer 5 Auf der anderen Route War es auch zwischendrin Aber auf Bulberpedia Standgrad Es erscheint immer als erstes Aber wahrscheinlich Als erstes Wenn man im richtigen Gras beschloss Hallo Tisi Komm da kann ich hinlaufen Muss ganz rechts Hinlaufen Ich glaube das geht Solange es kein Krasser Sumpf Dazwischen ist Oder irgendwas Was richtig anstrengend ist Kann ich da ja gut hinlaufen Selbst bei einem Sumpf Hätte ich einfach Topschutz nehmen können Ich gucke erst Ob es noch da ist Wenn ich da bin Und versuchst es nicht zu fangen Habe ich was verpasst? Du hast was verpasst Anscheinend hast du nicht aufgepasst Wie du gerade gesehen hast Ist das sofort weggeflogen Viel Spaß Werd nicht nass Schön Kannst du aber das nicht fangen Du musstest vor allem beim Einkaufen So hart lachen Warum? 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 Roma in Gen 6 Funktionieren so Dass du sie 10 mal finden musst Und du kannst sie nicht fangen Weil sie sofort weggehen Du kannst nichts machen Ich glaube hier ist es oder? Und wenn du es 10 mal gesehen hast Ist es stationär in einer Höhle Und kann nicht mehr weglaufen Ich bin da Es ist nicht weggelaufen Obwohl ich durch 4 Tore durch bin Ist ja einfach Nummer 6 Ich weiß nicht Ob es nochmal so eine Art von Roma gab In Gen 7 vielleicht Keine Ahnung Aber ich mag das Prinzip eigentlich ganz gerne Ich finde es cool Es macht halt mehr Sinn Dass es nicht ständig wegläuft Nur weil ich eine Route wechsel Aber es ist halt dadurch auch Nicht sehr schwer Gab es einen Simuroma? Ich weiß es nicht Okay Wieder komplett zurücklaufen Teezy Du bist ein Miridas Gerne Miridas Grandiras Miniras Schon wieder ein Crawl Okay Was ist das? Wenn du quasi ganz viel Wasser In deine Spüle rein tust Und dann ziehst du den Und dann ziehst du den Korken Und dann kurz bevor Alles aus der Spüle raus ist Zum Packs Interessant Gibt es in Gen 6 neue Roma? Ne es gibt keine neuen Roma Der neueste Roma ist In In Legends Arceus Zwischen Gen 5 Und Legends Arceus Gab es keinen neuen Roma Keife Relikant Pikachu Mammutel Ihr habt viele Ideen Eine deutsche Frau Hatte sich laut Stark beschwert Dass sie ab sofort Die Deutschland Spiele Boykottieren Boykottiert Weil das Türkei Spiel Nicht im Fernsehen lief Dabei hatte sie auch Magenta aufgezählt Und erzählt Dass sie auf einem Türkischen Sender Schauen musste Ich musste so hart lachen Aber ich verstehe den Witz nicht Keine Ahnung Wurde das deutsche Äh wurde das türkische Spiel Nicht gezeigt Wegen dem Wegen diesem Elendigen Typen Der Diesen Fuchsgruß Gemacht hat Oder War das Noch davor Äh Wenn das davor war Dann hat sie vielleicht Ganz schön Drum Dumm reingeguckt Danach Achso Oh Wo will ich hin Ich will in den Pokédex Mann 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 Ah es ist abgehauen Ich muss nur nach oben Es lief ja auf Magenta Aber Magenta ist ja nicht Fernsehen Magenta ist ja Musst du ja kaufen Oder Was ist es denn nun Ja musst du mir sagen Ist Relikant Du hast Relikant Fragezeichen geschrieben Das klingt nicht nach einer Einer sicheren Nach einer sicheren Nach einem Guess Du bleibst bei Relikant Es ist Ein Shiny Zwirrklops Sieht man doch Ich mein wenn die beiden Diese drei Lippen Da oben Sich in Bewegung setzen Dann kann ja nur dieses Geräusch Da aber rauskommen Das passt eigentlich echt ganz gut Die richtige Gen Das stimmt Kann ich jetzt das Taxi nehmen Und sagen Er soll mich in den Norden bringen Na komm wir fahren Bei uns in Österreich Ist der über Magenta empfangbar Ich weiß nicht mal Was wirklich Magenta ist Ihr erzählt etwas über Deutschland Das ich nicht wissen kann Selbst wenn ich in Deutschland leben würde Wüsste ich wahrscheinlich nicht Was Magenta TV ist Weil ich einfach null Fernsehen gucke Das ist eine Farbe Genau Telekom Ich weiß dass Magenta von Telekom ist Aber was ist Magenta TV Ist das so wie Sky Abonnierst du das Ist das ein Fernsehsender Der einfach existiert Den jeder zugreifen kann Das weiß ich alles nicht Weil wenn sie sagt Das läuft nicht im deutschen Fernsehen Verstehe ich das Wenn Magenta TV ein Abo-Service ist Weil wenn es auf Magenta TV läuft Läuft es nicht im deutschen Fernsehen Weil wenn ich sage Etwas läuft im deutschen Fernsehen Es ist weg Es ist da hinten Dann erwarte ich dass das irgendwie auf ARD oder ZDF läuft Weil das ist deutsches Fernsehen Alles andere sind Abo-Systeme von privaten Unternehmen Wir müssen wieder Glück haben Okay ich verstehe schon Du findest das nicht witzig Ich verstehe es halt nur nicht Für mich klingt das erstmal logisch Was die Frau gesagt hat Ich meine es ist lächerlich Sich über Fußball aufzuregen Aber Ich verstehe nur nicht Was sie falsch gemacht hat Weil für mich klingt das logisch Was sie gesagt hat Ähm Nochmal Leo war die Oma Die sich beschwert hat Genau Große fix Aranoi Was machen sie hier Okay Leicht anstrengend Dieses Labrador Kann ich irgendwie fliegen Auf den Hotkey legen Magenta hat alle Rechte für die Spiele ARD ZDF zeugen nur drei Nur fünf Stück Und zeigen neun Spiele Okay Ich weiß immer noch nicht Was Magenta ist Schon ein Tipp für heute Deutschland Spanien Ich sag die Deutschen kassieren ein 1 zu 2 Ich hab meinen Tipp schon abgegeben Ich glaube er war 34 zu 17 Für Argentinien Falsch Magenta ist ein Kabel TV Anbieter Der was kostet Kein Free TV Nein was tu ich Ihr versteht das alles falsch Ja Wir haben deinen Witz Komplett auseinander genommen In dem Wegen meiner Dummheit Tatsächlich Pay TV ja Okay Dann verstehe ich nicht Was die Frau Was die Frau Falsch gesagt hat Weil wenn es Pay TV ist Dann läuft es nicht im Fernsehen Dann würde ich mich Als Fußballfan Auch aufregen Das ist ja wie wenn Pokémon TV Abgeschafft wird Oh Moment Wurde es Verdammt Ich verstehe den Schmerz Ey Es läuft genau wie Gerade eben wieder Jetzt ist es wieder rechts Tami Danke Wenn es nicht aufmacht Dann wieder nach Neuerer City reinfahren Und das gleich wiederholen Hat mir super schnell Funktioniert Das heißt Das heißt du guckst Einfach nicht in den Pokédex Sondern du hoffst Einfach dass es Erscheint Aber ich kann ja auch gucken Geht es nicht schneller Wenn ich gucke Ja Nummer 7 oder Ich meine es sollte ja Die rote Route Sollte verschwinden Wenn ich 10 habe Wenn ich mich verzähle Aber das war jetzt 7 glaube ich Du meinst ich soll Novaria City Aus immer auf Route 4 fahren Aber das macht keinen Sinn Nach den Regeln Novaria City Ist ja Oh Gott Moment Wo ist es denn Ist wieder da drüben Okay Ach sie hat behauptet Dass es nicht auf Magenta läuft Dabei hat es Dabei läuft es auf Magenta Okay Witzig Sorry Das Blabberdoss Das letzte Mon Das du fangen musst Daniela Wie lang bist du jetzt schon hier Siehst du all die schwarzen Flächen unter mir Novaria City Auf Route 4 Hin und her Das macht laut den Regeln Vom Roamer Keinen Sinn Das so zu machen Also es sollte Länger dauern Dadurch Weil ein Roamer Wechselt in Gen 6 Nicht die Location Wenn du die Route Wechselst Deswegen ist es ja so einfach Hier einfach zu gucken Wo es ist Und dann hinzugehen Wenn ich jetzt zwischen 4 und Novaria City Hin und her gehe Die ganze Zeit Wechselt es nicht die Route Weil Warte aber 4 ist oben Genau hier Du meinst das hier Das macht keinen Sinn Weil laut den Regeln Die ich nachgelesen habe Wechselt es dabei Nicht die Route Es wechselt nur die Route Eventuell Wenn ich durch Ein Durchgang gehe Also diese Tunnel Und es wechselt Immer wenn ich fliege Das heißt Wenn ich weiß wo es ist Kann ich da hingehen Und es ist immer noch da Und deswegen Muss ich leider Durch dieses Menü durch Ich sehe wo es ist Und wenn es Erreichbar ist Für mich zu Fuß Kann ich da hingehen Das ist jetzt zu weit weg Zu Fuß Deswegen fliege ich einfach nochmal Bei dir hat das super funktioniert Ich bin nochmal kurz ins Gras Aber damit Top Schutz hoffentlich Ähm Aber das macht Wenn Wenn das bei dir Funktioniert hat Und du bist nicht Durch den Tunnel durchgegangen Dann lügt Bulbapedia Weil Bulbapedia sagt Dass es nicht die Route Wechseln kann Wenn du die Route Wechselst Ich war kurz weg Sorry Hä Nein Ich weiß Ich bin immer so schnell Getriggert Von euch Wenn ihr irgendwas macht Was ich einfach Nicht verstehen kann Ich weiß Ich bin so leicht getriggert Aber ich verstehe nicht Wie man Monatelang mir zugucken kann Wie ich diese Challenge mache Mit Origin Decks Es Auf jeden Fall Etabliert ist Dass ich diese Liste hier benutze Die ich abhake Du siehst Dass unter mir Alles noch schwarz ist Und du fragst Ob Lavados Das letzte Pokémon ist Ich Es nervt mich doch selber Wie leicht Ich mich sowas triggert Und ich Ich möchte einfach glauben Dass ihr das extra sagt Um mich zu triggern Ihr meint das ja gar nicht ernst Ihr macht das ja nur Damit ich mich aufrege Aber das ist ja auch okay Was ich damit sagen will Nimm es nicht ernst Bitte sei nicht verletzt Aber du siehst doch Dass unter mir noch Schwarze Stellen sind Warum sollte Lavados Das letzte sein Und ich komme durcheinander Ich muss mich krass konzentrieren Um auf diesen dummen Pokédex Drauf zu klicken Ah Sollen wir einfach Zu ihr bis zurück gehen Aber wir sind schon bei sieben Ich schaue auf dem Handy Das ist so klein Warum sollte es trotzdem Das letzte sein Es ist Lavados Ich muss noch Y durchspielen Ich muss noch 15 Vivillons fangen Ruhig ist es Freitag 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 ist der Tag Wo am ehesten Weltfrieden herrscht Okay da komme ich hin Da gehe ich zu Fuß hin Ich könnte probieren Ob man den Roamer speichern Ne das bringt ja nichts Das ist ja ein ganz anderes System Aber ich gehe jedes Mal In diese Sackgasse rein Hier Daniela Er meint es wirklich nicht so Ich meine es schon so Ich bin der festen Meinung Dass Leute im Internet Quasi ich kann alles sagen Und du solltest niemals davon Ansatzweise Das sollte dich nicht Peripher tangieren Was ich sage Weil ich bin nur so ein Dude im Internet Der dich nicht mal wirklich kennt Willst du damit sagen Dass ich dick bin Ich weiß Dass du dick bist Ich will es nicht mal sagen Ich weiß das Ich sehe deine Plauze Über deinen Kreis hängen Was Ganz genau Aber vor allem Theis Dankeschön Dass du Daniela Ein Sub geschenkt hast So Wenn es jetzt nicht Zwischendrin abgehauen ist Okay Doch nicht Es ist zwischendrin Weiter gezogen Oh mein Gott So viele Sacks Wo ist es hin Warum bist du nicht hier geblieben Lavados Warum bist du nicht hier geblieben Du bist hier Mann Du bist hier geblieben Ja da ist Acht Es ist echt nicht schwer Man muss nur manchmal Ein bisschen Länger hin und her fliegen Dass es wieder in der Nähe ist Aber das ist sehr angenehm Dass es sich einfach Nicht bewegt Tschüss Dann braucht es irgendwie 300 Bälle gleich Ich muss das dreimal machen Es ist da wo ich hergekommen bin Sollen wir da zurück gehen Ich gehe zurück Wenn dann kommt es auf mich zu Oh das Geräusch Wie man über Schnee fährt Befriedigend Okay ich habe alles falsch gemacht Oh man kann die Animation von Pokédex abbrechen Wo bist du denn jetzt hin Lavados Das ist sehr unwahrscheinlich Dass das passiert Daniel hat gequät Keine Frage Dieses Quä ist übrigens viel zu weit Und jetzt ist es auch schon egal Dieses Quä ist viel zu weit Oben Du hattest Delay Niemals Oh soll ich da hingehen Das ist eigentlich nur zwei Routen weiter Ich gehe da hin Warum existieren Sackgassen in einer Stadt Ich vermisse Deutschland Klar wieder Wir sind hier Wir sind hier einfach in Frankreich Da kennen die Einbahnstraßenschilder nicht Das wäre so hilfreich Oh Sepa Was ist das in der Mitte? Perlu Okay Perlu Ich hasse die Stadt Ich komme von dem Schild nicht weg Die Rollerblades stecken im Schild dran Vielleicht auch noch zweimal Vielleicht auch nur noch einmal Muss ich Lavados sehen Es ist immer noch nebenan Nummer 9 Nummer 9 Ich gehe nicht du bist weg Es ist weg Es ist so weit weg Oh mein Gott Laut Bulbarpedia passiert das nur zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit Nur ist es jetzt schon zwei Meter da passiert Okay wenn ich durch Die Luminar City durch muss Dann ist das Immer nicht gut Weil da zu viele Tore sind Die Frage ist ob das Tor einmal nur zählt Oder zweimal Weil ich rein und raus muss Wahrscheinlich sogar zweimal Soll ich da hingehen Ich gehe da hin Bisher hat das mit dem Hingehen immer geklappt Solange keine Sauvielen Tore dazwischen sind Tor Tor Sei brav Nein Das ist weg Wegen dem einen Tor Ich dachte das wechselt nur die Route Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering Dass ein Roamer die Route wechselt Wenn man durch ein Tor geht Gibt es heute Feines bei dir zu essen Ich weiß es nicht Rosa ist nicht da Ich habe keinen Grund zu kochen Käse Ich weiß es nicht Gestern haben wir koreanisch bestellt Schweizer Käse Nein Vielleicht esse ich ein Müsli Ich esse einfach ein Müsli Jetzt ist glaube ich das gerade echt Wie ein echter Roamer Egal was ich mache Es springt die ganze Zeit rum Echter Roamer wird nur nebenan Auf die Route wechseln Aber der springt die ganze Zeit hin und her Nebenan 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 Alles gut Nummer 9 Ich glaube nicht Ich glaube Bulberpedia nicht mehr Es erscheint doch nicht immer beim ersten Mal Ist auch komisch Was jetzt erscheint Muss man laufen Hä Wo ist die Logik Es kann nicht abgehauen sein Es kann nicht abgehauen sein Ich habe keine Route gewechselt Also ich habe kein Kein Ladebildschirm gehabt Hä es ist woanders hin Ey die Regeln stimmen nicht Bulberpedia lügt Bulberpedia hat gesagt Solange man nicht durch einen Tunnel geht Wird der Roamer sich nicht bewegen Hier ist kein Tunnel Was ist jetzt oben oder unten стиido und Dou pallet Ja Mist Wechsel spring Wechsel Wirchsel desperately Wir geben Wirшей Wir kijken portion Nummer 9. Internet lügt nie. Ich weiß, ich muss dumm sein. Aber es ist auch vielleicht einfach zu schweres Englisch und ich habe das Englisch falsch gelesen. Oh, hier. Hier steht. Okay, es ist trotzdem ein small change. Small chance. And even then it will move to an adjacent route. Furthermore, entering any of the connecting gates between cities may cause the roaming Pokemon to relocate randomly. Es ist schon alles richtig, wie ich es vorgelesen habe. Ich habe nur vergessen. Es kann... Früher ist es zu 100% gewechselt, wenn man die Route gewechselt hat. Jetzt ist es eine kleine Chance, dass es wechselt. Das heißt, wir hatten jetzt einfach Pech gerade. So, war das jetzt schon zehnmal? Nein, es ist da hinten. Trinken. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich heute trinken darf im Stream. Oh mein Gott. Chris rettet mein Leben. Bisher habe ich heute ein paar Pokémon gefangen, wovon zwei nicht mal zum Pokédex gehören. Äh, warum sehe ich es nicht? Ach, da hinten, ganz klein. Nee. Ich vermisse die Maggi-Flasche. Die Maggi-Flasche hat zu sehr nach Salz gemieft. Ich habe dieses Salz nicht rausbekommen aus der Flasche. Das Salz hat einfach das Glas imprägniert. Ho-Oh ist das bessere Labados? Ho-Oh ist einfach das bessere Pokémon. Halbzeit. 0 zu 0 und viele gelbe Karten. Oh mein Gott. Es bleibt spannend. Noch reichen bleiben 34 zu 17. Äh, noch gibt es eine Chance. Wenn sie jetzt pro Minute einen Tor machen. Wenn sie gut willkommen beten, dann ist sieじゃあ. Können Sie sich dasgültig. Ja, ich bin ja gar nicht. 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 Na ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht. Der ist Mognit. Er freut sich auf deinen Urlaub. Ich habe vergessen, was du machst. Was machst du im Urlaub? Ach ja, Kreta. Doch, ich weiß. Ich erinnere mich. Es kommt nicht weg von da drüben. Dann wäre ich mal da rüber geflogen. Wenn ich jetzt rüber fliege, dann geht es auf die andere Seite. Ich bleibe hier. Du hast ein bis zwei Stunden für die Affen gebraucht. Ja, ich hatte unfassbares Glück. Ich hatte so viel Glück, dass ich echt dachte, es ist gescriptet. Es kann nicht sein, dass die Affen hintereinander alle kommen. Aber wenn du so lange gebraucht hast, zeigt es wohl, dass ich wirklich Glück hatte. Ich kriege fünf Subs geschenkt, obwohl ich so gemein war zu deinem Witz. Entschuldigung. Entschuldigung. Witz. Witz. Die drei Kanto-Vögel zu jagen habe ich gehasst. Mensch. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich kann mich nicht an den erinnern. Dankeschön. Gar nicht verdient. Eben, aber du hast es trotzdem getan. Dankeschön für fünf Subs. Lizzy Summer. Ich wollte dieses Jahr auch auf die Games kommen, aber es fällt schon wieder so blöd. Es ist einfach immer ein dummes Datum. Die sollen es mal früher oder später machen. Im Winter brauchen die Leute auch Conventions. Warum sind die denn immer im Sommer? Es ist noch da. Es ist noch da. Komm, bleib da, bleib da, bleib da. Yes. Nummer zehn. Lizzy, hier sind fünf Subs von dir in meiner Hand. Rechnungsbeleg. Für Steueramt, Finanzamt. Emolga taucht nicht auf. Acht, 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 Acht. Kommt gleich. TZ, Dankeschön für 300 Bits. Wie oft muss noch gejagt werden? Das sollte das letzte Mal gewesen sein. Und jetzt steht da entweder, dass es nirgendwo ist. Oder es steht die genaue Höhle, wo es sein soll. Das waren definitiv zehn. Okay, da ist wieder eine Route. War das erst neun? Habe ich eins zu viel gezählt? Oder ist, wo ist überhaupt? Wo soll das dann sein? Wo soll das dann sein? Sea Spirits Den in Azur Bay. Das ist ganz da oben. Okay, da zeigt das Rote gerade nicht hin. Ganz oben im Wasser. Da soll es dann sein. Das heißt, ich habe mich verzählt. Zehn bis 15 Mal jagen. Ne, zehn Mal. Ich habe aber mitgezählt. Warum musst du alle Vögel fangen? Ich muss gar nichts. Ich will. Weil Gen 6 so langweilig ist, dass ich Sachen machen muss, will, die ein bisschen spannender sind. Und Roma ist eigentlich immer eine coole Sache. Ich hatte bis jetzt in jeder Gen Roma, die ich fangen musste. Außer in Gen 1. Und 4. Ne, doch. Sonst war es überall, oder? 2, 3, 2, 3, 4, 5. Hat alles Roma. Anscheinend habe ich mich verzählt. Oder? Hier steht 10. Ich kann es nicht verzählen. Cannot record until after it has been encountered an additional 10 times. Not counting the first encounter. Okay, es müssen 11 sein. Das heißt, man findet es einmal und dann muss man es noch mal zählen. Was ist das für eine dumme Zahl? Warum? So, find es einmal, aber dann find es noch genauso mal, genauso noch 10 mal. Also 11. Wir können noch sagen 11, aber nein, es ist einmal und dann 10 mal. Ich habe ich nicht verzählt, Leute. Außer es ist wieder dann nicht da. Arctos und Labrador sind wir anders. Äh, da war kein Unterschied gerade. Und has subsequently retreated to the Sea Spirit's Den in Azur. Hier steht, dass alle drei dort sein werden. Oh! If the battle in the Sea Spirit's Den is fled from, the bird will begin roaming again. Also nicht der Vogel flieht, sondern wenn ich, also ich kann natürlich den Save neu starten, aber wenn ich den Kampf dann fliehe, ist es wieder ein Kalos am rumfliegen. Muss man es dann wieder 10 mal finden oder nur einmal? Okay, ich hoffe, es war noch nie jemand so dumm und ist diesem Kampf geflohen. Rechts ist es. Hey, Teezy, Dankeschön für vier Subs. Was ist denn los? Dankeschön. Vielen Dank. Ah, ich glaube, immer diese Sackgasse rein. Nochmal 10 hab's probiert. Warum probierst du sowas? Probier doch sowas nicht. Was ist schon hier? Dieses Lavados werde ich dann nicht entkommen lassen in der Höhle. Noch eins. Heute sind Spendierhosen an. Vielen Dank. Noch eins weiter? Aber es war doch direkt nebenan. Ne, okay. Noch jetzt. Noch eins weiter. Komm, bleibt noch ein Durchgang da. Ich glaube, ein Durchgang ist es noch. Ich mag die Stadt nicht. Wer baut denn solche Wege? Das ist doch logistisch gesehen schrecklich. Okay, bitte bleib da. Bitte bleib da. Oh, es regnet. Ne, Regen hat keinen Einfluss, aber es passt ganz gut, dass es hier regnet und Whisker Gott ist. Okay, wir prüfen. Oh, es ist wieder zurückgegangen. Ah! Ach, das sind vier Durchgänge, um eine weiterzugehen, weil dann gucke ich jetzt nochmal. Vielleicht ist es wieder zurückgegangen. Nee, okay, okay, okay. Das kann noch lange so weitergehen. Nein, nein, nein. Hier ist es jetzt gleich. Oh, Pandir. Nice. Habt ihr das Video gesehen, wo einer probiert hat und er hat es geschafft, quasi, anhand von Pandir-Gesichtern Doom zu spielen? Auf so einen Titel muss man klicken. Ich habe Doom auf Pandir gespielt. Da Pandir fast unendlich viele Kopf Muster hat, kannst du sie so anordnen, dass sie ja jedes Bild ergeben. Und, äh, mit einem Live-Feed zusammen konnte er dann Doom spielen. Es ist wieder zurück auf die Route, ey. Das verarscht mich doch gerade. Vier Durchgänge muss ich durch. Das verarscht mich gerade wirklich. Ich sollte jetzt direkt checken. Maybe fliegen? Nein! Fliegen sorgt dafür in Gen 6, dass der Roamer direkt komplett woanders hingeht. Ich mache es schon richtig. Es ist nur gerade gemein. Ich habe nur gerade Pech. Es hat jetzt schon zehnmal funktioniert. Wenn das jetzt wieder auf der anderen Seite ist... Okay, es ist hier. Alles gut. Okay. Trotzdem. Schnuti. Da ist es. Nummer elf. Jetzt ist aber wirklich Schluss, Labados. Jetzt ist Schluss. Tschüss. Tschüss. So, was steht jetzt im Pokédex? Ja, schau. Jetzt ist es hinten auf der Insel. Ja. Ich bin schon. Da muss man aber erst mal vor... Das kommt raus, das Spiel. Du benutzt nicht wirklich Internet, um zu schauen, wie was funktioniert. Du findest Labados aus, haut sofort ab. Du findest wieder Labados, es haut sofort ab. Komm mal auf die Idee, das elfmal zu machen. Ich meine, du musst ja einfach das Spiel so viel spielen, dass es Labados zufällig zehnmal, elfmal kommt, um dann zu checken, ah, jetzt ist es an der festen Stelle. Aber wer macht das schon so? Internet. Ach ja, ab jetzt kann Labados erst shiny sein. Jason. Was für eine Strafe suchst du dir selber aus, wenn ich jetzt google, dass Labados nicht shiny sein kann? Wie komme ich da hin? Ach, unten. Unten muss ich schwimmen, wahrscheinlich. Du darfst deine eigene Strafe wählen. Bidi, bidi. Es kann shiny sein, aber er ist ab dem festen Ort. Okay, also wählst du dich weiter in die Lügen hineinzugraben, anstatt dich zu korrigieren? Wählst du diesen Weg? Okay, wenn es nicht shiny sein kann, fünf Minuten Timeout. Fair. Ich schaue nach, tu es. Labados ist shiny lockt in Gen 6, so wie jedes andere Leggy auch in Gen 6. Habe ich vorhin auch vorgelesen, als ich die Roma-Regeln vorgelesen habe. Labados ist shiny lockt. Wie kommen wir? Hier wahrscheinlich. Das ist ein Milena-Emote. Das ist so geil. Ich mache einen Top-Schutz an. Da kenne ich nichts. Okay. Oh, war das? Was ist das hier wohl? Habe ich schon. Die und ihre dämlichen Locks? Ja. Aber inzwischen, wir sind jetzt so tief in den Gents drin, inzwischen müssen wir ja so denken, dass, naja, wenn wir ein Leggy sehen, müssen wir überlegen, ist das nicht shiny lockt? Weil wir müssen davon ausgehen, dass es shiny lockt ist, leider. Ich sehe nicht mal wohin. Oh, ich bin da. Ist jetzt hier wieder ein Null-Labyrinth und es ist einfach da. Shit. Nein. 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 Ich habe nicht gespeichert, du Sack. Du Sackgesicht. Also, Labados, pass auf. Wann hast du das letzte Mal? Ach, Leo. Warum mir nicht überlegen? Ich werde sicher nicht das Spiel neu starten. Ich wollte doch die Höhle, weil wer kann denn erwarten, dass es drei Schritte rein und dann mich angreift? Labados hat eine Chance von 1,6% im Pokéball drin zu bleiben. Wenn ich vor diesem Kampf flüchte, wird es die Höhle verlassen und ich muss wieder zehnmal angeblich zehnmal es in der Wildnis encountern, bevor es wieder hier ist. Die Frage ist, was ist, wenn es mich umbringt? Oder wenn es sich umbringt? Wird es dann auch wieder in die Wildnis verschwinden? Oder wird es nur in die Wildnis verschwinden, wenn ich flüchte? Wir werden das nicht versuchen rauszufinden, denn ich werde jetzt lockerflockig Donnerbälle machen und dann Pokébälle schmeißen und es wird im 30. Pokéball drin bleiben. Es ist angepisst, ja. Und ich hätte kurz danach denken können, so im Moment mal, warum sehe ich das nicht? Aber die Höhle war dunkel. Vielleicht wäre es ja da gleich gewesen. Wenn ich hier eins gelernt habe, leg dich nicht mit den Mobs an. Mobs. Kennst du Mob? Ich könnte Eisstrahl machen. Moment, das ist gar nicht Gedonnerwelt. Warum bist du nicht Gedonnerwelt? Was ist geschehen? Donnerwelt hat 100%. Ist es geflogen? Was? Hä? Nein. Ist zurückgesch... Ach, Luftschneid macht zurückschrecken, oder? Es wird durch Bodyguard geschützt. Wer hat denn hier Bodyguard? Warte, ich muss Bodyguard googeln. Hält es ewig? Hält es für immer? Warum hast du Bodyguard? Hält es für immer? Bodyguard verhindert, dass dem Anwender fünf Runden lang... Okay. Wird gerne eingesetzt, schlägt die Attacke fehl. Haben wir auflockern? Okay, dann schmeiß ich jetzt ein paar Bälle und dann... Das war die zweite Runde Bodyguard, glaube ich. Oder die dritte sogar. Ich probiere nochmal Donnerbälle in zwei Runden. Als erstes schmeißen wir einen Ball, 1,6%. Ich soll fünf Minuten aufstehen, wenn es mehr als 30 Bälle braucht? Okay. Das Problem ist, dass es mich jetzt hier umbringt und ich gar keine Donnerwelle gleich machen kann. Ich glaube, dann belebe ich es. Ich will Donnerwelle machen. Okay, wenn ich jetzt einfach einen Hypertrank einsetze, dann sollten fünf Runden vielleicht vorbei sein. Ich habe... Ich hatte noch einen Hyper... Habe ich keinen Hypertrank? Hm... Oh, ich bin rich. Top Genesung. Haben wir richtig gezählt? Nope. Aber da stand gerade, dass Donnerwelle aufgehört hat, oder? Okay, das macht nicht Bodyguard. Yay. Zwei Prozent. Ball Nummer zwei. Tor für Spanien. Yes. Nummer drei. Hm? Hm? Schon vielversprechend. Schon zwei Wiggle. Das bleibt gleich drin. Keine Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Eisstrahl sollte ja normal sein. Donnerblitz ist zu gefährlich. Antikkraft ist zu gefährlich. Aber Eisstrahl sollte ja normalen Schaden machen und es nicht umbringen. Komm, folge Meme. Please. Sei nicht so stark. Okay, der ist nicht stark. Ah, das ist easy. Jetzt sollten wir bei so 4% sein. Nummer 7. Ne, Entei wird weitergemacht. Entei wird weitergemacht und Vermiebst mit Giratina gleichzeitig. Hier und da. Ich werde wahrscheinlich lange warten müssen, bis meine DS ankommen. Das heißt, wenn ich hier mit allem fertig bin, was heute eigentlich der Fall ist, dann vertreiben wir uns die Zeit mit Entei und Giratina und Vermiebst Shiny Hand. Und erst wenn der, wenn die Game Boys ankommen, wenn die DS ankommen, mache ich Vivillon. Hätte ich das mal früher entschieden mit den DS. Hätte ich die schon längst bestellt. Das Drei-Familien-Vamiebst? Natürlich. Nummer 9. Und ich habe inzwischen sogar auf meinem Kolosseum-Speicherstand eine Shiny-Animation gesehen, weil ich das Deoxys rübergeladen habe, um mir das anzuschauen in Kolosseum. Das heißt, ich habe zum ersten Mal tatsächlich erlebt, wie ein Shiny aussieht. Also ich wusste wie, aber so selber mit eigenen Augen auf meinem Spiel. Das war 10. Entei, ich dachte Lugia. Warum dachtest du Lugia? Was ist mit Lugia? Das war 11. Also jetzt wirst du ein bisschen lächerlich. Lavados, gell? Hast du mal geguckt? Hast du dich mal angeschaut im Spiegel? Paralysiert. Kaum noch leben. Ah, Mann. Ich dachte, das hat einen guten Blick in den Spiegel gemacht. Aber nein. Mehr als 30 Bälle niemals. Es bleibt so viel schon. Also es ist so viele Wiggles. Falls ihr es nicht wisst, umso mehr Wiggle, desto eher ist es drin geblieben tatsächlich. Also das rechnet quasi, wie nah es dran war, drin zu bleiben. Und bei 3 war es quasi schon drin. Und du hattest extrem Pech, dass es dann doch nicht drin bleibt. Und da die ganze Zeit schon so viele Wiggles passieren, heißt es eigentlich, es bleibt gleich drin. 13. Von dem 1-Gen 1-Shiny oder irre ich mich da? Ja, aber Lugia habe ich ja. Schau auf den Discord, schau das Lugia Video an. Ich habe Lugia. Ich habe Deoxys, das ist Gen 3. Giratina ist Gen 4. Gen 5 ist Kyurem. Und Entei mache ich so oder so. Entei ist die Kolosseum Shiny Hunt. Ist was Eigenes. Das ist Taris Land. Das ist es. Nicht. Pixelkira, du bist ein Bufala. Äh, wieso Funk? Hier ein komischer Winkel, wie der Ball des Lavalors aufsaugt. So schräg nach oben. Warte mal, wie sieht es eigentlich mit meinen Pokémon aus? Muss ich langsam Angst haben? Giratina in Platin, ja. Damit ich die... Das sieht einfach cooler aus. Im Endeffekt ist es egal, weil die Form ja sowieso nicht bleibt. Aber ja. Jetzt, wo ich dann mehrere DS habe, könnte ich sogar Giratina auf mehreren Systemen gleichzeitig suchen. Weiß ich aber nicht, ob ich das will. Ich mache ja schon Famibs gleichzeitig. Schau, wie das der oben... Da oben ist der Ball, da unten ist es Lavalors und macht so. Anstatt dass der Ball irgendwie so ist. Vorsicht. Okay, jetzt wird es brenzlig, weil Fiaro nur noch da ist. Oh, du bist zu stark, man. Aber du kannst doch nicht so viel Himmelsfeger haben. Fünf. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Okay, es muss jetzt langsam drin bleiben, sonst... Wipe mein Team. Warte, habe ich einen Belieber? Ich glaube, ich habe noch einen Belieber. Ich gehe echt auf nochmal sicher, aber ich habe die Kohle. Top Belieber, Quajuzzo. Wo farmt man denn Famibs am einfachsten? In einem Ausbruch. Also je nachdem, wo du einen Ausbruch findest. Meiner ist um die Normalstadt rum. Beziehungsweise ist der lange nicht mehr da. Ich musste wieder einen neuen suchen. Ah, ich habe fast Meisterball gedrückt. Oh mein Gott. 17. Hallo Mauro Dieven. Ich habe Top Belieber eingesetzt. Okay. Es hält da stand, Fiaro. Easy. Wie viel Himmelsfeger willst du noch machen? 18. Das ist es. Ohohoho. Also langsam wird es frech. Ist ja wie Ditto. Das ist er gerade schon. Ja. Äh, sei gerade mal glaube ich 4 Bälle? 7 Bälle? 19. Ich habe gerade nur Angst, dass mein Team wiped. Und dass es dann weg ist. Sweeps gibt es als Ausbruch, Famibs nicht natürlich. 20 ist die Zahl, die es ausbrechen lässt. Aber 21, denn 21 lässt sich durch 3 teilen. Es ist 7. Und 7 ist eine Glückszahl, weil die meisten Leute auf der Welt 7 auswählen, wenn du sagst was ist deine random Zahl 7? 21. Aber dieses nicht, weil Moltres ist ein sehr kluges Pokémon, was sich aussucht die Zahl danach zu nehmen. Denn 22 ist durch 11 Teilwahl und ergibt die 2 und alles Doppelte, alle guten Dinge sind 3. Aber alle guten Dinge sind 3. Deswegen ist es 23. Was war das? Warum gucken wir in den Himmel, was? Wir haben krasses Pech. Es sollte wirklich schon links drin sein von den Chancen her. Ja, wir hatten auch gestern bei Ditto krasses Pech. Was war das? Ja! Was war das? 1. Was war das? 2. 2. 4. 5. Jetzt wird es eng. Der hat aber, glaube ich, keinen Himmelsfeger mehr, weil er hat keinen gemacht mehr. Aber Flug ist auch nicht... Ditto? Gestern haben wir Ditto gefangen. Es wollte nicht im Ball bleiben. Lächerlich! Lächerlich ist das! Hitzewelle, das ist gar nicht Himmelsfeger. Okay. Lächerlich! 28. Oh mein Gott, ich muss ein Pokémon wiederbeleben. Ahahaha. Ich habe keinen Top-Beleber. Okay. Fiaro hat echt am längsten ausgehalten, oder? Ja. Das ist der gleiche Typus. Ne, das dachte ich auch. Aber Ditto ist seit Gen 5... Oder seit Gen 6. Ich glaube, seit Gen 5 übernimmt es nicht mehr die Catch-Rate. Es hat früher die Catch-Rate übernommen, aber dann nicht mehr. 29. Amagaga hält nicht am längsten, wenn es Hitzewelle macht, weil Amagaga Eis ist. Also, das ist gegen jede Logik gerade, dieses Labados. Nein. Ich würde ja Soft-Resetten, wenn ich denn gespeichert hätte. Es sollte aber auch langsam mal Verzweifler machen, oder? Es ist ja nicht so viel. Aber ich habe echt Angst, was passiert, wenn ich sterbe oder es stirbt. 30. Nicht so ein Pellen wie Tarnhell. Ne, die Catch-Rate ist viel besser. Bei Ditto natürlich, aber sie wollte einfach nicht drinbleiben. 60 AP. 30 Runden, 5, 3, da hat es noch einiges an AP. Das ist besser so. Es soll lieber nicht Verzweifler machen, weil das wird dann schnell gehen. Tarnhell hat eine Catch-Rate von 3, ja, wie Legis. Wie dieses PNG reingesaugt wird in den Ball. Deswegen. Ist alles nur Fake hier. Ist alles nicht richtig programmiert. Irgendwas stimmt hier nicht. Gib mir mal einen Superfang. Das ist es. Oh. Ich habe so Angst, dass ich draufgehe. Oh mein Gott. Stopp. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Ich will nicht wählen. Lieber gehe ich drauf als S. Weil wenn S draufgeht, habe ich eher Angst, dass es nicht mehr da ist. Ich habe nur noch einen Beleber. Vielleicht war es doch tatsächlich besser. Weil Hitzewelle hat, glaube ich, nicht so viel AP. Vielleicht sollte ich doch lieber Amagaga wieder beleben. Weil das hält lange durch, solange keine Hitzewelle kommt. Aber ja, dann stehen wir mal fünf Minuten auf. Oh nein. Ich wollte einfach nur, dass ich mich mal bewege. 34 mickrige Bälle. Easy. Die Kontonummer Region aus Gen 1. Okay, da ist der Roamer. Müssen wir nur noch zweimal machen. Mit Arctos und Zapdos. Ey. Boah, aber das nächste Mal weiß ich, dass es mich einfach... Es hat mich einfach überfallen. Sonst hätte ich davor gespeichert und ich hätte keine Angst haben müssen. Weil, falls ihr es nicht mitgekriegt habt... Wenn Lavados wieder abhaut hier in der Höhle, muss ich es wieder zehnmal wahrscheinlich suchen. Weil es dann nicht mehr in der Höhle ist, sondern wieder in der Wildnis. Deswegen hatte ich gerade so Angst. Aber alle Dudes... Hast du die anderen überhaupt schon getroffen? Die... Es ist immer nur eins pro Spielstand. Es kommt drauf an, welchen Starter du nimmst. Wenn du Froxy nimmst, ist Lavados da. Ich schätze mal, dass wenn du Igamaru nimmst, ist Zapdos da. Und wenn du Fingst nimmst, ist Arctos da. Schätze ich. In Y nehme ich Igamaru. Das heißt, da wird dann wieder ein anderer da sein. Und dann muss ich dafür nochmal X oder Y durchspielen, um den letzten zu bekommen. Jedes Mal muss ich es zehnmal in der Wildnis finden. Also es ist eine Arbeit. Aber sonst ist ja diese Gens pipi einfach. Deswegen ein bisschen schwerer machen wir es uns ja wieder. Aber ich glaube, ich mache das dann mit den Mega-Entwicklungssteinen nicht. Ich sehe keinen Grund darin. Ich sehe schon einen Grund, weil es ist Gen 6 mit Mega-Entwicklung und so. Aber ich habe nichts davon. Ich habe nichts von diesen Mega-Entwicklungen. Ich kann ihn nicht mal anschauen. Ähm... Lavados... Keine Ahnung. Hier hin? Ne, jetzt müssen wir hier unten hin tun. Kann ich irgendwie diese Pump-Gins schon ordnen? Das sieht gleich groß aus. Das ist klein. Das ist auch klein. Aber das ist Weibchen. Weg damit. Das ist normal. Das ist klein. Das ist das Kleine. Oh nein. Habe ich doch kein kleines gefangen. Ich habe doch einen Small männlich gefangen. Habe ich nicht? Oh no. Normal, normal, Small. Ist das Small? Nein, das ist normal. Kann auch weg. Ich habe echt nur das Weibliche. Das ist doch normal. Normal kann auch weg. Das ist Large. Das ist Large. Ich habe noch kein Small. Schade. Eins weniger. Ja. Warum sollte ich eigentlich nicht in X ein Vivi Jormio holen? Es wird halt dann das Grüne, glaube ich. Komm, wir holen uns jetzt noch ein Purmel und entwickeln das und holen uns das erste Vivillon von vielen. Und das ist doch, glaube ich, ganz, ganz, ganz dolle am Anfang. Aber ich glaube eher, ich glaube hier. Wird der nächste Run ein Starter-Only-Run? Nee. Ich werde mein Team von hier übertragen auf Y und das damit durchspielen. Auch wenn wir die nicht gehorchen am Anfang, ist es trotzdem einfacher. Geht trotzdem schneller. Deine Wertschulden sind beglichen. Ah, ihr bleibt nur ein bisschen stehen. Ist doch gesund. Und ich glaube, Purmel, erscheint Purmel hier oder? Ich glaube, ich muss zurück. Ich bin mir sicher, dass es da erscheint, wo diese leichte Hügel sind. Also eigentlich sollte es respawnen, wenn du die Liga nochmal machst. Das ist ein Roamer des Lavados. Also es ist, ja, es kann sein, dass wenn das Lavados flieht, dass es nur dann wieder zurück in die Wildnis geht. Und wenn ich es besiege, oder wenn ich es besiege, kommt es vielleicht wieder an der Stelle, wenn ich die Liga nochmal mache. Und wenn ich sterbe, ist es wahrscheinlich einfach immer noch dort. Hallo, Pancake. Nostalgie-Flashbacks. Besser ist es. Ich glaube, hier gibt es Purmel, oder? Da war das nur in dem Wald. Hürmel. Route 2 im Wald. Okay, aber wo gibt es die Weiterentwicklung? Dann muss ich nicht so viel machen. Hoppancho. Level 12. Route 7. Okay, machen wir Route 7. Oder? Wie selten ist das? Waschende Bärensträucher. 100%. Okay. Pinker Bärenstrauchus Purpancho. Nö. Die drei Level spare ich mir. Schnapper. Eben. Drei Euro auf dem Flumack gekauft? Das ist wirklich ein Schnapper. Das ist wirklich ein Schnapper. So ein männliches Purmel. Das machen wir dann zu einem Vivillon. Das wird wahrscheinlich grün. Und dann kann ich zurück zu 1% Irrbis und 1% Flabbebe. Pokémon Games sind gefühlt die krassesten Wertanlagen. Ich würde sagen, es gibt noch krassere. Mario Spiele auch. Oder Spiele, die selten produziert wurden. Aber ja, es gibt sowas wie Pokémon Box. Krass wertvoll. Ich würde sagen, es gibt noch ein Save-File oben. Was? Follow it. Okay. Du musst auf deinen Namen klicken. Da steht's. ach so auf der 3 euro cartridge ja pancake war auf der 3 euro cartridge ein save file drauf mit 20 shinies oder so wo ich denn jetzt das pummel krieg jeden affen einmal bevor ein pummel kommt 20 prozent ok da geht es aber ich habe kein eneco in erster stelle oder war nichts besonders drauf auf dem safe so muss das sein labradors guckt zu ihr denkt so vergleichst du mich gerade mit einem wurm wie esse ich zum frühstück ok tun wir schnell ins team und leveln es ab wir wollen es sehen die form die farbe dafür gehen wir einfach ins dafür gehen wir einfach dahin wo die ihrbisse sind du folgst seit dem april 2021 und hast heute zum ersten mal geschrieben und dann und 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 Keine Ahnung, Twitch ist auch buggy wie sonst was, aber Twitch hat gesagt, du hast zum ersten Mal geschrieben. Oh nö, geh weg. Warum tue ich das an der ersten Stelle? Ich habe doch einen EP-Teiler. Das war gerade, war das gerade ein dunkler Ton? Nee, aber das ist nicht groß. Das klang so dunkel. Ach, das ist nicht so groß. Vielleicht wirkt es aber so klein wegen... Und dann flüchte ich auch noch. Okay, warte, wir müssen das anders machen. Ich mache es so. Ich weiß, dass es weiblich war. Deswegen hätte ich mich ja so geärgert, weil ich Endeko nicht an erster Stelle hatte. Das ist klein. Es dauert wieder ewig, bis es mich umbringt, weil es nichts gegen mich tun kann. Okay. Und jede Größe einen anderen Ruf? Nee, nur das Größe hat einen anderen Ruf. Dun, 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 dun. Ganz dunkel. Komm, neun. Nur fünf? Hm? Seit wann bist du Partner? Ist das wichtig? Ähm... Ich glaube, September 2020? War es 20 oder 21? Ich glaube... 20. 20? Wow. Muss ich keinen Glückwunsch nachholen? Das wäre sehr nachgeholt. Nur noch ein Level pro Pokémon? Der IP-Teiler ist ja ein Witz. We're getting old, man. Das klang zum Beispiel super dunkel, aber es ist kein XL gewesen. Aber das... Vielleicht klingt es beim Sterben dunkler? Tschüss, Pancake. Pancake. Can YOU? PAM K. Wenn ich das auf Y mache mit den Veveyons kann ich es immer wieder rüber tun auf X und dort schneller entwickeln als wenn ich jedes Mal auf Y entwickle ich muss es ja noch nicht mal entwickeln im Spiel weil die Form ja schon im Pumel drin ist aber es fühlt sich trotzdem sicherer an es direkt zu entwickeln in X anstatt irgendwie in Kapo aber die im Code von Pumel sollte festgelegt sein zu welcher Form es wird selbst die animation die Todesanimation von Paragoni süß mann das ist sehr groß aber es war wieder kein tiefer Schrei aber das ist schon sehr groß aber das ist schon sehr groß ich habe auch das Gefühl es wird größer weil die Kamera näher dran ist weil Fiaro kleiner ist als 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 Amagaga aber ich fange es lieber mal ich muss eh Amagaga an erster Stelle tun wegen Donnerwelle ich fange es mal ich habe Angst ich habe es nicht gehört aber das ist echt groß schon dunkel ich vertue mich glaube ich wieder aber lieber fangen ich habe gar keinen Amagaga dabei bin zu blöd ich glaube ich hatte einmal einen super fangen im ganzen Spiel bisher das könnte sein oder ja Fiaro ist so eine dumme Wahl als als Fang Pokémon durch dich habe ich auch in Origin Living Form Decks angefangen bin bei Gen 2 versuche auch alle liegen Bänder zu bekommen mit allen Pokémon bist du des Wahnsinns viel Erfolg wir sprechen uns in zwei Jahrzehnten aber ganz viel ich freue mich dass ich dich inspiriert habe war das eins nein es war L ich glaube das liegt wirklich daran dass ich mit Fiaro gekämpft habe dadurch ist die Kamera näher dran weil mein Pokémon nicht so groß ist das sah riesig aus das ist normal ich brauche noch ein kleines warum ist es schneller? ist Schattenstoß immer schneller? Fusion war erstens Kopf und zweitens Körper ich verwechsel das immer okay Mr. Maudiven warum 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 machst du die Belohnung und gibst den Text ein warum fragst du nicht davor? ich glaube du hast dich verklickt oder? du kriegst die Punkte wieder du musst das natürlich da reinschreiben ich habe gefehlt äh ich glaube zweites war Körper ja Moment mal ich spiele auf dem Emulator das heißt das Vivillon was jetzt rauskommt wird wahrscheinlich die deutsche Version sein ich habe ganz vergessen dass ich gar nicht auf meinem DS gerade bin okay wenn es jetzt nicht Level 12 ist dann okay es ist Level 11 dann mache ich es doch nicht hier dann mache ich es wenn ich den Speicherstand aber der Speicherstand aber das egal wo ich diesen Speicherstand jetzt drauf tue der Spielstand hat angefangen in Deutschland also ich kann daran gar nichts ändern okay wir machen weiter ich dachte ich bin auf meinem DS und dann wäre der irisch gewesen und dann wäre es ein grünes Vivillon aber hier auf dem Emulator habe ich glaube ich Deutschland eingestellt das heißt es wird das rosa ne ja das sehen wir jetzt oder auch nicht denn der EP Teiler ist echt ein bisschen Schmutz ich dachte bei uns ist das blaue aber es gibt zwei verschiedene in Deutschland je nachdem ob du im Norden oder im Süden lebst deswegen guter Punkt keine Ahnung was jetzt rauskommt weil ich hab eigentlich der Emulator ist einfach nur auf Deutschland gestellt aber eigentlich kann man da nochmal differenzieren in München kriegst du das äh rosa ne aber wir sehen das jetzt 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 ist das japanische das wirkt falsch ist das nicht ein afrikanisches ich glaube ich lasse das frei okay ich glaube wir machen das mit den Vivillons wirklich komplett nur auf dem 3DS das fühlt sich jetzt falsch an das weil das sollte nicht rauskommen keine Ahnung wie der Emulator da funktioniert das lassen wir frei okay weil das ist kein deutsches und kein irisches aus das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mit euch noch ewig diese Pumchins anschauen soll, äh diese Irbisse anschauen soll. Das ist das Dschungelmuster, ja, das sollte nicht, das ist entweder in Südostasien glaube ich oder in Afrika, ja mal hier rein, warum hat das gerade, ich dachte schon jetzt kommt ein neues, das ist sehr klein, sieht das jetzt nicht alles kleiner aus, nur weil ich einmal gar gehabt, die Kamera ist auch höher, ich glaube das kommt echt drauf an welches Pokémon man hat. Okay, 10 Minuten noch, dann hör mal auf. 10 Minuten gebe ich diesem Irbisse, ein Smalles brauchen wir aber noch, war das gerade ein Smalles, äh, ein Smalles. Warum können die alle Schnüffler eigentlich? 1 zu 1 Verlängerung, oh mein Gott. Das könnte Small sein. Das ist glaube ich Small, aber es ist weiblich. Das könnte auch Small sein. Das ist doch ein kleiner Racker. Ich mach auch mal Überreste weg, ne muss ich eigentlich nicht. Die Überreste passieren eh nicht, weil ich immer flüchte. Ich mach einmal die Playstation an. Mach doch lieber mal die Gamecube an, die ich dir geschenkt habe. Die fühlt sich so traurig, so traurig wie ich. Dankeschön Jason. So, ich dachte vorhin schon, ich hatte ein S gefangen, aber das ziemlich sicher ist. Schlüssel. Wie ich das Bild, wie er das Bild nicht gesehen hat, wo ich Double Dash gespielt habe. Hast du, aber du hast dir nicht gemoddet, oder? Du hast deinen Double Dash gespielt. Moment, das heißt aber, du hast dir Kabel und so geholt. Hab ich nicht gesehen. Das mit Lava, das wusste ich ehrlich nicht. Ich weiß. Trotzdem. Wir müssen hier Fake News bestrafen. Es gibt zu viele. Das ist normal. Auf Insta also kein Wunder. Ey, manchmal bin ich auf Insta. Ne, hab ich nicht gesehen. Okay, gut, dann wird sie ja benutzt. Wie viele Ballmonster fehlen dir noch? Nur noch die Exklusiven. Also dafür muss ich zum Beispiel halt Y anfangen. Und hier versuche ich noch die letzten 1%-Monts zu fangen. Also XL, Irbis und das weiße Fluet. Also ich fange bestimmt am Wochenende Y an. Spiel das so schnell es geht durch. Fang die Exklusiven da. Fang Evil-Tal. Fang nochmal ein. Saigard wahrscheinlich. Auch wenn ich es nicht brauche. Fang nochmal Arctos. Oder nicht nochmal, aber fang Arctos. Bekomme Sanas anderen Starter geschenkt. Dann starte ich nochmal Y. Krieg nochmal einen Starter am Ende geschenkt. Und kann Zapdos. Roman. Und dann brauche ich nur noch Vivillons. Die ich fangen kann, sobald meine 2 neuen DS da sind, die ich gestern bestellt habe. Also es dauert noch ein bisschen, aber es dauert nur noch ein bisschen, weil ich die teure Route gehe und mir extra für Vivillon 2 neue DS gekauft habe. Oder nicht neue, gebrauchte. Oder nicht neue, gebrauchte. Aber mehr als ich habe. Das! Hä? Das ist riesig. Oh, der Sound war genau gleich. Oh, das ist riesig. Oh, der Sound war genau gleich. Oh, das ist riesig. Aber es ist genauso groß. Es ist komplett RNG, in was für einem Cycle es sich gerade bewegt. Weil es macht ja so... Wenn die Kamera so drauf zoomt, kommt es darauf an, ob es gerade unten oder oben ist. Und wenn es unten ist, sieht es riesig aus. Wenn es oben ist, sieht es nicht so riesig aus. Alle Vivillons kannst du nicht fangen, oder? Doch! Weil ich mir 2 DS gekauft habe. Darum geht es doch. Hat die Fusion nach dem Fail eigentlich Cooldown? Ja. Ich fange es einfach mal. Aber das ist es nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, wenn... So, man wird die ganze Zeit denken, oh, ist das groß? Aber wenn es wirklich groß ist, dann wird man es sofort merken. Das heißt, das ist es nicht. Das ist ein Large wieder. Ach, sieht so groß aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das noch größer sein kann. Aber der Sound war auch der gleiche. Wir brauchen so ein richtiges... Richtig krank muss ich anhören. Hast du dir die DS gekauft oder auch die Spiele in die jeweiligen Sprache? Nee, die Spiele tue ich mir drauf. Das sehe ich nicht ein, nochmal Y auf Amerikanisch und Y auf Japanisch zu kaufen. Nein. Kurz überprüfen. Irgendwann merke ich mir die Größe und dann fange ich sie nicht mehr an. Ja, das ist nicht XL. Es war einfach nur L. Es sieht so riesig aus. Ich muss auf den Star. Ich muss darauf vertrauen. Ich werde mir 100% sicher sein, wenn es das ist. Was war das? Was meinst du? Entschuldigung, ich bin leicht erkältet. Hint fort mit deinem Kreuz. Satan. Hat keine Angst. Vor Geweihten. Kann man eigentlich alle mysteriösen Pokemons noch irgendwie bekommen? Nein. Wieso weißt du das nicht? Überleg doch mal. Ich meine, klar kannst du sie bekommen, indem sie dir jemand gibt. Oder indem sie dir ercheatet ist. Aber wenn du selber welche haben willst, dann nein. Weil das Event ist vorbei. Sollen wir den Rauchen aufhören? Hallo, ich bin alt genug. Lass mir meine Suchten. That's a big boy. Not big enough. Der sieht noch größer aus als der gerade eben. Oder ist es nicht? Nein. Ich sag's euch. 100% Sicherheit wird gespürt, wenn XL erscheint. And boy, he's thick, boy. Das neue Meat Canyon Video wird über Anthony Fontano sein. Und Anthony Fontano wird sogar drin sein im Video. Der echte. Ist immer cool, wenn man über sich selbst so lachen kann. Damn, boy. He's thick, boy. Wir brauchen den thickesten. Meat Canyon's cursed. Damn, he's thick. Big. Oh mein Gott. Big. Aber auch nicht. Ich liebe Meat Canyon. Ich guck alles, was Meat Canyon macht. Ich guck seine Streams. Der ist zum Beispiel gestern einfach nur 20 Minuten live gegangen. Und hat 800 Zuschauern sein neuestes Skript vorgelesen. Was eben das ist, was ich gerade gesagt habe. Hat es vorgelesen und dann ist er wieder gegangen. Ist so geil. Der macht einfach, was er will. Aber ist halt so ein geiler Animator. Animator. Animator auf Deutsch ist, glaube ich, eher jemand, der im Hotel Leute anstachelt. Animateur? Nein, das ist erst recht nicht. Jemand, der gut animiert. Wie süß, er hat sich jetzt die Farbe ge... Ich weiß es nicht. Twitch ist irgendwie am rum... ...machen. Leute, ändert mal eure Farben. Warum macht ihr eure Farben alle grau die ganze Zeit? Gab eine schöne Demon Slayer verarsche, in der Tanjiro einfach einen richtigen fetten Dent in der Stirn hatte. Echt? Warum kenne ich das nicht? Ich dachte, ich kenne alles. Der hat mal ne Demon Slayer verarsche gemacht. Das muss ich mir mal sofort anschauen. Ich hasse Demon Slayer. Twitch auf dem Handy ist er rot. Dann ist es ein Anzeigefehler auf Twitch. Immer wieder was Neues. Classic. Classic Twitch. Da ist er auch schwarz. Oh mein Gott. Twitch hat jegliche Farbe verloren. Eintönig. Trist. Fuck! He is... He is... Small... Boy. Warum schnüffeln die alle mein Amagargar an? Leo, ich gebe die Hoffnung auf. Ich schaue mir mittlerweile Videos von Clint an, die fünf Jahre alt sind. Ach, da gibt es die Hoffnung auf, dass Clint wieder kommt. Ich würde mich so interessieren, was der macht. Weißt du, wen ich gucke, der ein bisschen wie Clint ist? Also von seiner Art her ist, ähm, Sausage, The Sausage. Clint Stevens ist ein Speedrunner von Zelda und Mario 64. Der aus dem Nichts sauviele Zuschauer immer hat, aber dafür halt sporadisch streamt ohne Ende. So, manchmal streamt er eine Woche lang am Stück und dann ist er einfach ein Jahr weg. Und dann kommt er irgendwann wieder, random. Und dann schauen ihm wieder 3000 Leute zu. Äh, The Sausage streamt Majora's Mask. Und er hat so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Clint und er redet wie Clint und so monoton und sowas. Und das ist auch ganz witzig. Aber du musst halt Majora's Mask mögen. Ähm. Und ich finde Kony ist auch ein bisschen so von der Art her ähnlich. Ich gucke auch Kony. Oso Grimm. Hallo. Du kennst den Sausage? Okay. 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 Weltrekordhalter von Majora's Mask. Senpai. Hallo. Oso Grimm. Schönes Wochenende wünsche ich. Dankeschön dir auch. Vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Zu einem sehr eintönigen Stream. Äh, ich kann keinem empfehlen hier zu bleiben. Denn wir machen nichts anderes als dicke, dicke, fette Kürbisse anschauen. In der Hoffnung, dass ein Kürbis so dick ist, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Das ist er! Habt ihr es gehört? Perfektes Timing. Oh, hier ist dick, boy. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Er ist so gewaltig. Wenn er ausbricht, hört ihr es nochmal, wie gewaltig er ist. That's a thick ass boy. Pass auf, pass auf. Der bricht jetzt einmal aus. Und dann hört ihr seine unglaubliche Tiefe. Die ist so du 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 du. Gleich aus. Okay, jetzt wenn es im Pokédex registriert wird, hört ihr, ich glaube nicht die Tiefe. weil da wird die normale Form registriert. Oh man. Wir hören es nicht mehr. Unverschämt, oder? Ah, das war's. That's a thick ass boy. Jose Grimm, vielen Dank, das hat anscheinend Glück gebracht. Wir brauchen trotzdem immer noch einen. Die Chance, dass eins kommt, ist ein Prozent. Und wir machen das sicher schon seit über einer Stunde. Aber da ist er. L. XL. Ah, das ist der Unterschied. Oh, das ist ja riesig. Gewaltig. Gewaltig. Halbes GZ. Nochmal bitte. Von wegen eintönig. Es tut mir leid. Ich habe Eintönigkeit versprochen und dann kam das dick ass boy. Ja, der ist das. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Zwar miteinander. Welches fehlt noch? Naja, das gleiche nochmal. Denn das kann man nicht wickeln. Was habt ihr Schönes gemacht? Beim Oso Grimm gab es etwas Wikinger... Wikingeriges. Aber das sah nicht mal riesig aus, oder? Das sah nicht größer aus. Aber man hat es sofort an dem Call einfach erkannt. Aber ich fand es da... Es war schon groß. Aber es war jetzt gefühlt nicht so viel größer als L. Das sieht doch genauso groß aus. Ja, das ist schon größer. Das sieht aber nicht so dick aus. Nicht so gemein sein, gell? Das ist ein Kürbis. Schau, wie riesig! Das war cool, weil ich habe es gesehen und mir gedacht, okay, das ist wieder so ein L und dann... kamen einfach die Oktaven wurden reingehauen. Dann kommt der hier und macht die ganze Stimmung kaputt mit seinem kleinen Wald-Baum-Mahagoni-Gesicht. Gut, dass ich noch hier geblieben bin. Jetzt haben wir wenigstens eins On-Stream gefunden. Ich habe ein weißes Flirt On-Stream gefunden und ein 1%... Ehrbiss. Dann kann ich jetzt gehen. Mein Soll ist erfüllt für heute. Wir haben halt viel geschafft. All die besonderen Monster haben wir heute gefangen. Was wird hier rum gebongt? Dum dum dum. Jetzt wird ein Hüsli gegessen, ja! Mit Mozzarella. Ich muss eigentlich irgendwie Mozzarella essen. Ich freue mich auf das Video. Ich auch. Kannst du es für mich machen? Ich schicke dir einfach die 100 Gigabyte und dann... noch vielleicht ein Fuffi ohne Cola und dann sind wir Quid. Oh! Dun dun dun! Oh! Jetzt habe ich bei jedem die Erwartung, dass es gleich kommt. Das ist das Problem immer, ne? Jetzt habe ich die Erwartung, dass es gleich... der Bass nur so rein donnert. Aber zwischendrin, was ist das hier? Nein, was ist das? Muss das Schanera sein? Pantymos? Oh nein, das ist Pantymos, oder? Pantymos? Oh nein, das ist Pantymos, oder? Pantymos? Ne, schnell weg! Ehh! Pantymos? Widerlich! Das haben wir aber noch gar nicht so viel gemacht. Pantymos gekreuzt mit anderen Sachen. Das ist auch gefährlich. Da können Sachen entstehen, die... gegen jegliche Natur gehen. Selbst Arceus oben im Himmel so... Uff! So kurz davor sagt Arceus noch, alle meine Kinder haben ein Recht zu existieren und ich habe alle Kinder gleich gern. Gleich lieb. Ich liebe alle meine Pokémon gleich. Und dann kommt so... Pantymos Raikou. Ehh! Schiebt es so weg aus dem Screen so langsam. So geht weg. Würde ich niemals machen. Sehr gut. Aber was ist das? Hingegen ein Milotic zu kreuzen mit allem funktioniert wahrscheinlich sehr gut. Ein Milotic und Giratina... Er gibt eher was... Ähm... Digibon mäßiges würde ich sagen. Aber das sieht geil aus. Epic! Giratik. Milotina. Tschüss Matze. Tschüss Matze. Das war ein gutes. Das war ein gutes. Das war ein gutes. Das werden jetzt ein schreckliches... und ein gutes. Was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt so ein... so ein... verschwurbeltes... Was? Ist das Austos? Das muss ja Austos sein. Mushas wird anders sein. Mushas wird anders sein. X-Tos. X... Ne. Ne. Ich kann nicht aufhören. Ja, und dann kommt so ein Normi einfach daher. Der auch so... Hallo Leute, ich bin auch dabei. Steht da so ein krasses Giratina Milotic und dann kommt der um die Ecke so... Hallo! Ich habe auch ein Recht zu existieren. Nein. Guck, guck doch. Schi... 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 Shitexo. Gluggy. Hallo, ich bin Gluggy. Ja, weg. Schimanda. Ne, es war Glutexo. Da! War das eine überhaupt männlich? Schon, gell? Haben wir jetzt wirklich alle... Ey, ewig nix, sondern zwei, vier, vier... Fast hintereinander. That's a thick ass boy. Schön. Das ist schon befriedigend, wie das so ins Bild kommt und dann so dünn macht. Und auch weiße Flubbybees jetzt. Ich glaube, das erste war männlich, ja. Ich glaube, ich habe geguckt. Entschuldigung. Jetzt Explosion. Es ist so groß. Man sieht nur seinen Schritt. Es kommt mir aber nicht größer vor als L. Irgendwas ist da seltsam. Es ist wie ein Mimikyu. Es hält einfach ganz dolle die Luft an, sodass es ein bisschen größer ist, außer es ist eigentlich ein L. Let's go. Jetzt Daumen drücken. Wobei, wir brauchen kein Glück, aber wir gehen jetzt ins Poké Center und validieren. Und Validieren? Wir validieren, ob denn alles passt. Hallo Sakura. Ist er so auch männlich? Ich bin mir auch sehr sicher. 66,7 Prozent, dass es männlich ist. Zwei Mal miteinander getroffen. Was heißt es? Äh, 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 hier, so, da, hier, so. Wenn man bei einem Mon die Fähigkeit ändert, hat es dann in Home wieder die originale Fähigkeit? Nein. Du veränderst die Fähigkeit für immer. Und du siehst sogar nirgends, was die originale Fähigkeit jemals war. Du änderst wirklich einfach komplett die Fähigkeit. Das ist auf jeden Fall ein S. Ja. Und die beiden hier sollten XL sein. Das ist L und das ist XL? Dann ist es wirklich riesig. Okay, wir haben hier L und XL übereinander. Oh. M S L XL. Ja, aber auf der Spielfläche sah das echt nicht so riesig aus. Woher haben wir es hier auch? Oh, es hat sogar ein Item. Wo ist das Item? Wo steht das Item? Wo steht hier nirgends wo das Item? Wundersaat. Haben die XL immer Wundersaat? Wundersaat hat nicht das Item, das Pflanzenattacken versteigt? Krass, dass sie das immer hat. Das war einfacher als gedacht, wobei wir haben lange am Anfang suchen müssen. Aber dann hintereinander direkt. Jetzt sind es echt nur noch zwei weiße und ein Orangene sicher kommt, bevor zwei weiße kommen. Dann sind es nur noch die Exclusives und Vivillon und Yveltal. Und diese drei Sigards müssen wir in Sonne und Mond holen. Und that's it. That's it. Das war's. Das war's heute. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende online komme. Ich werde am Wochenende Ypsilon anfangen zu spielen. Aber wir werden jetzt, glaube ich, immer viel damit verbringen, den Umzug zu starten und so. Nicht hier und dann in Usum umwandeln? Nö. Das erste Mal, dass die Hundeform vorkam, die Scharwandelform vorkam, war in Gen 7. Somit muss ich drei Sigards in Gen 7 fangen. Einmal einen Hund draus machen, nochmal einen Hund draus machen und einmal die Schlange draus machen. Oder? Das ist die Logik, die ich mir aufgetan habe. Ist der Vertrag nun unterschrieben? Nein. Wir besprechen das am Wochenende untereinander und dann am Montag unterschreiben wir ihn, nachdem wir ein paar Fragen gestellt haben. Und einmal den Megasort machen. Das ist ja nur eine Kampfform. Können Sie uns anschauen in dem Kampf? Ich habe die bisher nur in Schwert und Schild gesehen, die Form. Ach, die haben die Fähigkeiten mit Name. Aber warum hat es dann Wundersaat? Ich habe sie ja gefangen. Ich hatte ja keine Wundersaat. Du dachtest, die 100% wäre permanent? Ne. Hier siehst du all die Formen. Es gibt nur die Hundeform und die Schlangenform. Megaform. Es ist quasi eine Megaform, oder? Die 100%-Form ist wie eine Megaform. Ist halt im Kampf aktivierbar. Oder durch die Fähigkeit halt aktiviert. Sie wegt sich das automatisch. Okay, ich wünsche ein schönes Wochenende. Und wenn ihr das neue Video noch nicht gesehen habt, schaut es an. Teilt es mit Leuten. Warum ich vier Gamecubes habe. Wie man sich vier Gamecubes holt. Was man alles dafür braucht, um damit Shiny zu handeln. Vielen Dank fürs Dasein. Danke für die Subs. Und bis Montag wahrscheinlich. Tüdelü. 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 Mein Mod. Äh, mein Bot ist auch schwarz jetzt. Tüdelü. 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 Tüdelü.